Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Ha 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 ha! Die zweite Staffel von House of the Dragon bisher darstellt, das werden wir heute herausfinden und wir sind natürlich nicht nur ich, sondern auch einmal mehr in trauter Zweisamkeit der Wächter der Pfalz, beziehungsweise der Wächter des Westens vom Tele-Stammtisch, Moinsen Sven. Hallo! Letztes Mal hattest du noch halbwegs eine fancy Begrüßung. Ja, ich weiß es, ich wollte mir eigentlich was überlegen, aber dann dachte ich, nein, das ist zu blöd und jetzt bleibe ich bei Hallo. Ja, Wächter der Pfalz habe ich jetzt diesmal drin, das habe ich mir gesprochen. Und Stichwort ursprünglich sollte eigentlich auch der Paul dabei sein, der wäre dann so der Wächter des Ostens gewesen bei uns. Der ist aber gesundheitlich noch nicht so ganz auf der Höhe, deshalb schöne Grüße, Paul. Vielleicht klappt es ja nächste Woche, ich würde mich sehr freuen und stattdessen sitzen wir dann halt hier wieder in derselben Kombi wie letztes Mal und dann werden wir mal schauen, also die nächsten Folgen, sondern schon wieder mit drei Leuten stattfinden. Aber mal sehen, wo uns das Ganze hinführt. Bisher können wir das Ganze hier ja noch vorproduzieren. Bin gespannt, wie lange das noch machbar sein wird, weil es ist ein bisschen merkwürdig mit den Screenern gewesen zuletzt, Sven, ne? Ja, das stimmt. Ich spiele wieder meinen eigenen Zug an. Ja, wir hatten, um mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir hatten nämlich einfach die Schwierigkeit, also erst bekamen wir freundlicherweise alle vier Episoden, also die ersten vier Episoden vorab zur Verfügung gestellt, allerdings nur bis zu einem bestimmten Datum und nur mit so und so viel Malen Abspielbarkeit. Dann wurden alle gelöscht und jetzt bekommen wir so Salami-Taktik-mäßig jede Woche immer die nächste Folge im Voraus. Dann noch, bevor wir in die eigentliche Folge springen, wir haben ja die zweite zusammen besprochen. Wir hatten da natürlich aber auch schon vorproduziert, also das war zu einem, wir haben das zu einem Zeitpunkt aufgenommen, als nicht mal die erste regulär veröffentlicht war. Deswegen konnten wir da auch nicht so wirklich auf das Echo zu Blut und Käse eingehen, werden wir aber vielleicht eher mal im Staffel-Recap machen. Was ich hier aber noch machen kann, ist ja, ein bisschen was ergänzen zu Folge 2 oder auch vielleicht was zu korrigieren. Wir fangen mal damit an, wir hatten ja ursprünglich nicht mal den Titel davon parat und es war auch irgendwie ein ziemliches Hickhack, wie dieser Titel jetzt ist, weil die netten Damen und Herren von IMDb nicht ganz so schnell sind. Hast du ihn überhaupt mitbekommen dann noch, den Titel der Folge? Ja, mitbekommen habe ich schon. Ich habe auch noch geguckt und dachte, das gibt es doch schon draußen, da müsste doch eigentlich mal ein Titel da sein, aber du hast nichts gefunden. Also jetzt müssen sie tatsächlich relativ spät und der Titel ist, finde ich jetzt nicht so dolle gewählt. Ja, fand ich auch erst. Also Rhaenyra the Cruel, Rhaenyra die Grausame, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto besser gefiel er mir eigentlich, weil der Titel ist ja letzten Endes sowas eigentlich wie Framing, wenn du wirklich mal drüber nachdenkst. Und das fasst im Grunde diese ganze Folge zusammen, die ja eben sehr aus hier Infowars, Framing, Fake News und so weiter aufbaut. Und vor allem ist es auch ein Bezug zu die Grausame, das ist nicht völlig willkürlich gewählt, das ist ein Bezug zu Maegor, dem Grausamen. Also diesem zweiten Targaryen-König, der ja als wirklich, also der hat seinen Namen nicht umsonst getragen. Der hat zwar den Roten Bergfried errichtet, deswegen auch dann diese ganzen Geheimgänge, weil der total paranoid war, aber auch sehr, sehr, sehr grausam. So jetzt stand, als ob er ein Prepper ist. Oder war so ein bisschen, ne? Ja. Das sieht man ja auch im Vorspann, der ist ja eines Tages, ist er einfach tot aufgefunden worden auf dem eiserne Thron, irgendwie durchbohrt von einem Schwert und keiner weiß so richtig, ob es der Thron selber war, indem er sich einfach geschnitten hatte. Er war ja schon vorher König Wundschorf, ne? Aber ja, eventuell, also ich meine, die meisten Targaryen sterben ja nicht unbedingt durch natürliche Umstände, ne? Wir hatten ja ein bisschen gerätselt hier bei dieser Münze, ne? Also hier diese Münze, die Aemond da aufhebt und dann da sich betrachtet und wir dann auch sehen, was auf der Rückseite ist. Das muss ich revidieren, das ist kein siebenzackiger Stern, sondern das sind neun Schwertklingen, die wahrscheinlich für die neun freien Städte auf Essos stehen. Ah. Und es ist auch, also wenn man sich das mal so bildsprachlich ansieht und wenn man dann auch weiß, was da noch kommt, dann ist es ein Foreshadowing sowohl für sein Schicksal als auch das von Daemon. Aber das jetzt nur am Rande. Ähm, außerdem hatten wir bei der Prozession, also dieser Propagandaprozession, hatten wir das auch akustisch falsch verstanden, obwohl die, äh, Nähe schon, glaub ich, Absicht ist. Dort wird ja Rhaenyra Kinslayer genannt, also nicht Kingslayer, wie man's aus Game of Thrones kennt, sondern Kinslayer, was sich übersetzen lässt mit, ja, Sippenmörderin und in dem Fall Kinsmörderin. Das hatten wir, das hatten wir verwechselt. Dann hatten wir noch, ich weiß gar nicht, du hattest drüber gesprochen, Aemond, äh, ist ja bei dieser, äh, ich sag mal jetzt, Mutter-Huren-Figur. Und nicht nur, dass er sich da zusammenrollt wie so ein Hundewelpe, sondern er kriegt auch noch warme Milch gebracht, ne? Warme Milch, oh, okay. Ja, warum nicht? Ich, ich weiß nicht genau, mir ist das, glaub ich, schon ein bisschen zu viel Klischee an der Stelle, muss ich sagen. Ja, aber ich find's ganz witzig, dass nachdem die Folge ausgestrahlt wurde, wir hatten's ja auch, wo ich auch gesagt hab, der sieht ja auch, ich geb dem Buh mal was zu essen, der sieht ja aus wie ein abgemagerter Hering, dass ich darüber auch ordentlich, also es gibt einen Haufen Memes mittlerweile, ähm, ihn dann in einer, in, als, als praktisch so als Hühnchenflügel in einer großen Schüssel drin und, ey, ihr habt wirklich einige gesehen. Ja. Aber, ich werde nachher meine Aussage ändern. Okay. Und auf diesen Meme bin ich dann, falls es da welche gibt, und ich denke, es wird sie geben, bin ich gespannt. Nach der Folge hier. Ja. Ja, ja, ja. Aber die sind dann eventuell nicht ganz jugendfrei, aber mal gucken. Nee. Nur was am Rande, dass, ähm, also es gab ja eine Szene mit Rhaenyra in der Bibliothek und wo dann Mysaria dazukommt und da ist mir jetzt aufgefallen, Rhaenyra blättert da irgendwie ein Buch durch, wo anscheinend, ich geh jetzt einfach mal davon aus, da wird, äh, die Schwestergemahlin, äh, äh, Visenya gezeigt, äh, von Aegon dem Eroberer. Ja, und ich glaube, der Gedanke dahinter ist, dass Rhaenyra die eben auf einem Drachenreiten sieht, den es noch heute gibt, nämlich Varga, ne, also so alt ist die schon, das muss man sich vorstellen. Und dann ist, äh, ja irgendwie auch eine ordentliche Diskussion ausgebrochen um die zwei Brüder, also Eric und Arik, äh, wie ich sie ja hier nenne und jetzt hat sich aber wohl rausgestellt, also erstens werden beide Brüder im Englischen anscheinend sogar fast komplett identisch ausgesprochen. Es ist, es ist echt total bescheuert, also ich bin froh, dass das vorbei ist, weil ich bin ganz ehrlich, sonst würde ich wirklich überhaupt nichts mehr verstehen. Und, äh, was für Verwirrung gesorgt hat, war das Finale der letzten Folge und zwar so sehr, dass, äh, Showrunner Ryan Condell sich dazu äußern musste, um aufzuklären, wer jetzt hier wen getötet und wer sich dann am Ende ins Schwert gestürzt hat. Ich weiß gar nicht, waren wir uns da uneinig drüber oder, oder hatten wir das, weil zwischendurch war ich verwirrt, weil manche Leute nämlich was meinten mit einer Wunde am Bein, aber die haben dann ja irgendwann beide, oder, also hattest du jetzt wirklich auf dem Schirm, äh, was da Sache war bis zum Schluss? Ne, ich finde, es ist auch bewusst so gemacht, dass du... Ja, das soll verwirren. Nicht eben, dass du nicht siehst, wer jetzt wirklich wer ist. Ja. Und ich hab mir das nämlich als Bild, wenn beide, äh, beerdigt werden ja auch nochmal angeguckt, also wirklich viel länger ist der andere Bader auch nicht. Aber, ähm, mir hätten sie egal, was verkaufen können. Ich hätte, ich kann die nicht auseinanderhalten. Und ich fand auch, da, dass sich natürlich die Fans der Vorlage da dran stören, wie es jetzt eben in der Serie dargestellt wird, kann ich verstehen. Wobei ich finde, das, also, diese zwei Seiten, klar hättest du es gern schon ein bisschen näher an der Vorlage, wenn du halt wirklich die Vorlage auch liebst. Aber so muss ich sagen, ich hab die Vorlage nicht gelesen, ich hab's dann nachgelesen. Da ist es auch nicht eindeutig mit den Quellen, ne? Ne, ne. Überhaupt nicht. Ne, ne. Ne, und da ist, also, ich dachte noch, ja, okay, gut, also, wenn man das jetzt irgendwie komplett geändert hätte, in, in, und hätte man noch einen zweiten Strang irgendwie draus gemacht, erzähl, äh, storytechnisch, hätte ich gesagt, okay, gut, dass man sich da drüber aufregt, aber ob die sich jetzt beides gegenseitig töten oder ob sich der eine dann ins Schwerb stürzt, mir persönlich war's wurscht, ich fand's auch ein bisschen übertrieben, aber gut, ich bin halt auch jetzt kein, kein Ultra-Fan der Vorlage. Äh, was halt schon eigentlich klar macht, dass es Herr Erik ist, der am Ende, äh, sich das Schwert in den Wand strammt, äh, merkst du schon daran, dass er sagt, your grace, zu, äh, Rhaenyra, weil, äh, als Erik nämlich reinkommt, sagt er natürlich nicht your grace zu ihr, also, um sie zu töten, aber er sagt, es tut mir leid, ich hatte keine andere Wahl. Es ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, dass er nicht, wenn er reinkommt, your grace sagt. Ne, ne, weil er ja der andere ist, ne? Ja, ja, schon klar, aber krass, ne, ist mir nicht aufgefallen. Aber, äh, noch dazu zuletzt, und dann kommen wir auch zur Folge an sich, was nämlich auch sehr heiß diskutiert wurde und nicht nur heiß diskutiert wurde, sondern, äh, die Leute können anscheinend mal wieder nicht, wie man das schon in den letzten Jahren erlebt hat, äh, unterscheiden zwischen einem Schauspieler und seiner Rolle, also, äh, im Klartext, ich bin auch kein Riesenfreund von, äh, Kristen Cole, äh, ganz im Gegenteil, er ist mittlerweile somit die meistgehasste Figur in, zumindest, in dieser Serie, aber dass der Schauspieler Fabian Frankel jetzt, äh, irgendwie auch attackiert wird auf Social Media, das geht gar nicht. Aber, äh, was dann noch mehr eben für Diskurs sorgt aktuell, es haben sich, und das, das kann ich nicht so ganz verstehen, es haben sich viele darüber lustig gemacht, dass dieser Plan von ihm mit Eric und Arik, dass der ja total dumm sei, da haben wir gar nicht so drüber gesprochen im Recap, wie siehst du das denn eigentlich? Ne, doch, ich hab ja noch gesagt, dass es mich eigentlich wundert, dass so ein doch cleverer Plan, weil das ist nett, das ist nett blöd. Blöd wär's jetzt zu sagen, okay, äh, ich mal mir jetzt bunte Haare und reite durch den Wald und hoffentlich sieht mich keiner, das wär ein blöder Plan, aber die Zwillinge zu benutzen, um, äh, Rhaenyra zu töten, Mmh, fand ich, grad für ihn eigentlich zu ausgefuchst und ich fand, also ich find das überhaupt nicht blöd, ich fand das eine ziemlich coole Storyline und auch clever. Also sagen wir so, äh, der Plan an sich ist gar nicht mal direkt dumm, er wurde eher so semi-klug ausgeführt, würde ich sagen. Äh, also im Buch ist das nämlich auch so, dass Arik sich irgendwie, äh, als er da auf die Insel kommt, dass er sich eine Kutte anlegt, worunter er seine Rüstung hat. Und hier läuft er aber direkt in voller Rüstung auf die Insel, dadurch ist er halt schon sehr auffällig und er fällt dann natürlich auch sofort, äh, Mysaria ins Auge, die, also die nicht nur vorher seinen Bruder, äh, bei Rhaenyra gesehen hat, sondern die halt auch ganz genau weiß, was es mit den beiden auf sich hat, ne? Wenn's, äh, Mysaria nicht gegeben hätte, hätte das vielleicht womöglich funktioniert. Weißt du nicht? Wahrscheinlich schon. Weil sie hat ja alle gewarnt, ja, also der hätte sich da reinschleichen können und mit ein bisschen Glück wäre er ins Gemach gekommen und hätte sie gekillt, da hätte sie nix gemacht. Also, ich weiß nicht, was, was, ich fand's ein guter Plan, wenn man's so sagen kann. Ja, die, die Idee an sich fand ich, fand ich nicht schlecht, aber es war halt eher so, also man, man hätte es subtiler ausführen können, aber, ja, gut, das, also ich meine, im Buch ist es halt so, ne? Ja, und hier, das ist schon ein bisschen, ein bisschen auffällig, aber an sich, also, ich, ich schreib das jetzt nicht irgendwie dem Drehbuch zu oder so, dass es irgendwie jetzt eine völlig dumme Entscheidung war. Also, da gibt's noch im Moment ganz, ganz andere Sachen. Gruß an The Ecolite. Wir haben dieselbe Problematik wie letztes Mal, nämlich, dass die Folge wieder keinen Titel hat. So oder so, ähm, ist sie inszeniert von Jita Vaisant Patel, einer Regisseurin, die auch schon bei der ersten Staffel beteiligt war, also eine weitere Rückkehrerin, und die hat, äh, vor allem, äh, ja, die in meinen Augen mit beste Folge inszeniert, nämlich, äh, der Lord der Gezeiten, die achte Episode, also, das ist die, wo, äh, Viserys sich auf den Thron schleppt. Ja, wo, wo er da reinkommt und dann da diese, diese Verhandlung ist von wegen, oh, wer wird jetzt zum Lord der Gezeiten gemacht? Und, äh, ich freu mich sehr, dass die Dame wieder anwesend ist. Man merkt auch sehr ihre Anwesenheit, auch dann im Hinblick auf ihre, äh, Kamerafrau, Catherine Goldschmidt, die hier teilweise wirklich geniale Shots einfängt, aber dazu später mehr. Äh, geschrieben ist die Folge von David Hancock. Das ist jemand, der auch schon bei der ersten Staffel eher so im Hintergrund war. Der gehört eher so zum Produktionsteam. Aber der hat jetzt hier tatsächlich mal das Drehbuch beigesteuert. Ja, zum Vorspann, äh, hast du die Änderung bemerkt im Vorspann? Äh, nee. Ich muss zugeben. Gar nicht? Nein, ich hab nichts gemerkt. Okay, weil es gibt welche, weil man hat jetzt diesen Moment, also auf dem Wandteppich eben, wo, äh, Rhaenyra und, äh, Aegon, äh, so gegenübergestellt werden. Ist auch ein echt starkes Bild, finde ich. Wie dann auf der einen Seite Raben irgendwie aus der Hand strömen und auf der anderen Seite Drachen. Das ist jetzt, äh, verkürzt worden und stattdessen ist Jaehaerys Tod mit untergebracht. Also, da sehen wir wirklich, wie diesem Kinderkörper der Hals durchtrennt wird und an dieser Naht werden dann die Rattenfänger aufgeknüpft. Auch dann an der Stelle Kudos an den Kollegen Manuel, äh, der ja beim ersten Recap dabei war und mich dann fragte, ja, wird sich der Vorspann nochmal ändern? Und da dachte ich eher so, ja, nee, das ist ja die Geschichte der Tagarin, das ist ja irgendwie in Stein gemeißelt. Aber im Nachhinein macht's eigentlich Sinn, ne? Ja, aber ich hab diesmal, also normalerweise achte ich da wirklich drauf, aber dieses Mal ist es auch durch die Lacken gegangen, tatsächlich. Hm, dafür bin ich ja da, ne? Eben. Also, es ist, es ist diesmal dann dahin schon ein bisschen anders und vor allem dann dieses Blut der Rattenfänger strömt dann auch zum Eisernen Thron. Also, die, die, dieser Wandteppich, der wird so ein bisschen blutgetränkt gegen Ende, fand ich auch ein sehr, sehr starkes Bild. Ich bin gespannt, äh, inwiefern sich das in, äh, kommenden Folgen noch entwickeln wird und, äh, ich glaub, ich muss nicht nochmal sagen, ich bin völlig verliebt in dieses Intro. Also, wenn das so weitergeht, dann, äh, läuft das bald dem von Game of Thrones den Rang ab und das will schon mal seisen. Hm, ja. Das find ich allerdings auch. Äh, und was man noch zum Intro kurz ergänzen kann, äh, ein weiterer Name wird da auch extra hervorgehoben, also ganz hinten, End, also sprich, es ist eine Gastrolle von, äh, Sir Simon Russell Beale, den werden wir aber im Verlauf der Folge noch antreffen, in die wir jetzt hineinspringen. Ja, der Anfang ist ein bisschen ungewöhnlich gewesen, ne? Oh, ich fand den Anfang genial. Ich dachte, oh, geht's gleich rund. Und, nein, aber ich find, es war gut gemacht und interessant und ich kannte die Wappen, also ich kannte die beiden Häuser auch hier, äh, also Brecken und Blackwoods, kannte ich auch gar nicht. Ich wusste über den Konflikt, den die beiden über Jahrhunderte ja schon austragen, auch nix. Aber es hat mir Spaß gemacht, ein bisschen was nachzulesen und, ja, es ist so einfach dieses, diese Bestätigung, dass die Propaganda von Alicent und Otto Früchte trägt. Oh, ja. Also sie ist ein kleiner Aus, also sie ist so der, der Funke, der das Dynamitfass hochgehen lässt, sagen wir es mal so. Ja, nee, bin ich, bin ich absolut bei dir. Also wir sehen ja, kann man ja mal kurz, äh, umreißen. Äh, wir sehen eine Mühle, wir sehen, äh, Familienmitglieder der Familien eben Brecken und Blackwood, beziehungsweise im deutschen Schwarzhain. Wir werden jetzt hier aber bei Blackwood bleiben. Und wir sehen Aeron, äh, Brecken und, äh, ich weiß gar nicht, die Fäde zwischen denen, die wurde in Staffel 1 mal erwähnt. Und, äh, sie kam aber auch mal kurz vor, nämlich, wenn du dich erinnerst, da ist diese Folge, ich glaub, das ist die vierte Folge der ersten Staffel, wo alle möglichen um Rhaenyras, also wo, wo alle möglichen sich vorstellen, die sie, äh, die um ihre Hand anhalten wollen. Und da ist dann jemand. Ach Gott, ist das der Junge? Genau, richtig. Ah. Da ist ja einer, der tritt vor und sagt dann irgendwie, ach ja, hier, ihr wett unter meinem Schutz und bla bla bla. Äh, das ist, glaub ich, einer vom Haus Brecken und, äh, dann im Hintergrund lacht da irgendwie einer abfällig und die fordern sich dann gegenseitig natürlich, also, doch, die fordern sich zum Duell, während Rhaenyra rausgeht und lustigerweise gewinnt dann auch noch der Jüngere, ne? Stimmt, ja. Ja. Ah, okay. Und das war auch schon, äh, der Konflikt zwischen den, äh, Breckens und Blackwoods, den wir da gesehen haben, der so weit zurückreicht, wie wir immer auch wieder im Laufe der Folge zu hören kriegen, dass die schon gar nicht mehr wissen, was ursprünglich diese Fäde ausgelöst hat. Und um das mal so ganz kurz, äh, anzureißen, in den Büchern ist es auch so, aber da sind verschiedenste, also, es geht ja wirklich über Jahrhunderte zwischen denen. Und hier wird das auch veranschaulicht dadurch, dass die sich irgendwie, äh, um verschobene Grenzsteine kloppen. Also, es hatte so ein bisschen was von Nachbarn am Gartenzaun, ne? Und, äh, in den Büchern ist es jedenfalls so, da wird beschrieben, also, wie gesagt, viele wissen es gar nicht mehr, aber, äh, andere Quellen behaupten dann wiederum, äh, ja, es geht darum, dass die einen, äh, halt, äh, noch zurückgehen in ihrer Blutlinie bis zu den ersten Menschen, die anderen dann eher bis zu den Andalen. Und dahingehend dann auch ein Konflikt, dass die einen den alten Göttern huldigen, die anderen den neuen, äh, und so weiter und so fort. Und natürlich auch, ne, äh, um, um Land geht es auch, ne? Und darum wird dann hier eben gekloppt mit diesen, äh, Grenzsteinen. Beide sind, äh, in den Flusslanden, also wir sind hier generell in den Flusslanden, die ja unter der Herrschaft, äh, von Haus Tully stehen, also der Flusslords von Riverrun. Ja, man sieht dann schon, wie hier die Fake News reinknallen, ne? Und man merkt schnell, Haus Brecken ist, äh, bei den Grünen und Blackwood ist bei den Schwarzen. Ja, und es dauert ja auch nicht lang, wo dann die einen sagen, okay, komm, das ist mir eigentlich zu blöd, mich mit dir da rumzuärgern. Und dann, mhm, sagt man ein Wort. Ja. Und dann heißt, alles klar, jetzt gerät es außer Kontrolle, wir ziehen Schwerter. Es passiert zwar noch nichts, aber ... Es gibt einen ziemlich tollen Umschnitt, wie ich finde. Ja. Und auch, äh, ein Umschnitt, der mit den Erwartungen bricht, weil man würde ja jetzt eigentlich denken, dass derjenige, der dem einen eine Kampfansage gemacht hat, dass, also, dass der dann triumphiert hat, aber in Wahrheit hat der unterlegen. Und, äh, der liegt dann dort im Schlamm mit der Klinge durch den Hals. Und der ist auch ziemlich jung, dieser Deron, also, ist schon heftig, ne? Weiß ja nicht, wie alt ist der? Ich glaub, dass der nicht mal 20 ist. Wir haben ein ganz kleines Foreshadowing, dass wir halt dann irgendwie Kampfgetümmel auf der Tonspur hören, Schnitt, und dann liegt der dort eben, äh, tot im Schlamm. Die Kamera fährt langsam hoch und dann sehen wir, was da eigentlich passiert ist, ne? Ich dachte auch, das sind weniger, aber die Kamera fährt schön hoch und dieser, da ist noch ein bisschen Nebel und der Nebel des Krieges lichtet sich. Ja. Und man denkt, okay, gut, das sind keine Hundert, das sind Tausende. Ja. Weil wirklich alle Seiten der Flüsse, also des kleinen Baches links und rechts nebendran, wirklich mit Leichen pflastert sind. Und die Mühle, die wir ganz am Anfang gesehen haben in der ersten Einstellung, die brennt auch irgendwie, ne? Und dementsprechend wird das Ganze dann später auch die Schlacht an der brennenden Mühle genannt. Und ich muss sagen, fand ich, fand ich eine tolle Einführungssequenz, weil, äh, dieser Konflikt zwischen den Brackens und Blackwoods ja an der Stelle vor allem auch vor Augen führt, wer diese Fäden letzten Endes austrägt, ne? Also die oberen, äh, äh, weiß ich nicht, da ist das und das und, äh, ja, aber wer sein Leben da verlassen darf, sind die Jungen. Ja, ich fand's auch, es war super gefilmt, wenn die Kamera langsam hochfährt, du hast wirklich direkt, uh, Kloß im Hals und denkst, okay. Ja. Und war, war ein super Aufbau. Also wirklich ein super Einstieg, schön düster. Mhm. Hat mir auch echt direkt Spaß gemacht. Sehr, sehr atmosphärisch. Genau. Ist natürlich nur, also, äh, hier wird es als Randnotiz inszeniert, das ist aber in der Vorlage auch nicht sehr viel anders und sie haben das echt gut, gut rübergebracht. Also, äh, auch wie die sich miteinander anlegen, wie sich das hochschaukelt, das fand ich, fand ich, fand ich richtig gut. Und, äh, obwohl du gar nicht so viel über die Brackens und Blackwoods erfährst, ist einfach auch schon sehr, sehr viel im Bild, was dir da was drüber erzählt, ne? Also, dass die Brackens dieses Pferdewappen haben, äh, die Blackwoods, glaube ich, was, was haben die für ein Wappen, hast du da drauf geachtet? Das habe ich gerade nicht ganz parat. Ich glaube, irgendwie ein Raben oder sowas, ne? War der nicht auf so einem, auf so einem, auf so einem Holzding gesessen? Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, weil das Pferd, das siehst du ein paar Mal, aber das Wappen der anderen, ja, irgendwas mit dem Raben habe ich, glaube ich, auch im Hinterkopf, aber 100% sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Naja, ja, nee, tolle, tolle Einführungssequenz, war ich, war ich sofort drin und, also, ich meine, man, man ist ja am Anfang erst so ein bisschen auch, äh, verwirrt von wegen, oh, das ist jetzt nicht King's Landing, das ist jetzt nicht Dragonstone, ne? Sondern was völlig anderes, aber trotzdem hat das ganze Jahr, äh, Impact und generell finde ich auch diese ganze Folge von David Hancock sehr rundgeschrieben, weil diese Motive, die hier schon aufkommen, die ziehen sich eigentlich quer durch die ganze Episode und setzen sich dann auch eben bei dem fort, was wir als nächstes, äh, besuchen, nämlich Dragonstone, also, äh, wieder vertraute Gefilde, wo, äh, die beiden Kargelbrüder, die ja, ähm, am Ende der zweiten Folge bekanntermaßen, äh, sich gegenseitig gemeuchelt haben, im Grab jetzt verscharrt werden. Dabei stehen Rhaenyra, Jace, Rhaenys und noch ein paar andere, die, äh, werfen dann auch eben Beerde ins Grab und Jace ist aber sehr, ja, missmutig, also, für, für, für den einen der Kargelbrüder hat er eigentlich nur Verachtung übrig, weil der, der, äh, besudelt in seinen Augen das Grab seines Bruders, ne? Also, von wegen, die sollten nicht beide im selben Grab beerdigt werden. Rhaenyra meint dann aber, ja, ich kann sie ja nicht dafür verurteilen, dass sie ihren Schwur gehalten haben. Und Jace gibt sich dann aber nicht damit zufrieden und möchte wissen, was, was soll er mit denen geschehen, die ihn geschickt haben, ne? Also, sprich, Arik. Und man weiß natürlich, wovon er da redet, ne? Also, es ist ja nicht so schwer, sich zusammenzureimen, wer, äh, diesen Hesha in die Hallen von Rhaenyra geschickt haben könnte. Und dann haben wir anschließend eine Konversation zwischen Rhaenys und Rhaenyra, wo dann ziemlich schnell klar wird, dass es dann vielleicht doch nicht so einfach ist mit dieser ganzen Situation. Weil Rhaenys ist sich relativ sicher, diese Posse stammt nicht von Otto Hightower. Ja, und das, das ist auch was, das finde ich auch eine richtig gut gemachte Szenerie, dass sie die Zwillinge beerdigen und gleichzeitig halt wirklich, wenn es dann halt auch sagt, okay, gut, das eskaliert. Und zwar, also es eskaliert sowieso schon die ganze Zeit, aber sie halt auch ein bisschen beschwichtigt und sagt, hey, pass mal auf, also Otto macht sowas nicht. Das ist auf einem anderen Mist gewachsen und Rhaenyra halt auch vor, vor Augen führt, ihr, ihr nehmt euch gegens, also wir nehmen uns, weil es ist ja eine Familienangehörige, wir nehmen uns gegenseitig immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wo soll das Ganze hinführen? Und das, das ist was, wo ich mir allzu zwischendrin denke, das ist mir eigentlich zu vernünftig. Mhm, von Rhaenys. Ja, ich, also ich finde, ich finde Rhaenys, also es ist auch einer meiner Lieblingscharakterinnen. Bei mir auch, ja. Mag ich, mag ich wirklich, die machen das, die machen das so mega, aber ich bin, aber ja, du, ich bin da halt wirklich paranoid langsam, weil immer hast du so ein, zwei Charaktere, wo du sagst, oh, dem, dem, dem würde ich nie was Böses irgendwie unterstellen. Mhm. Und nächste, nächste, nächste Folge kommt irgendwas und du denkst, okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Du bist der, der, der kränkste von allen. Deswegen bin ich mir da nicht so, ich guck die Szene an und denk, ja, die Frau hat Sinn und Verstand und hör auf die, aber auf der anderen Seite weißt du halt auch nicht, ja, okay, irgendwo zieht sie bestimmt ihren Nutzen nochmal draus. Dann warten wir es ab, aber tolle Szene, schön gemacht und ja, die dir auch einfach vor Augen hält, eh, es, es eskaliert, die, die, die Schraube geht immer weiter, denk nach, bevor du was tust. Denk nach. Also Rhaenys ist hier eine Stimme der Vernunft und vor allem, wie gesagt, den Hinblick jetzt auf die Szene davor fand ich das echt stark, wie dieses fortgesetzt wird. Äh, schon bald wird keiner mehr wissen, was jetzt eigentlich hier der Ursprung für den Krieg war, ne, sondern diese jungen Männer, die jetzt in King's Landing das Sagen haben, die wollen eigentlich nur noch bluten und Brand schatzen und die eigentlichen Gründe dafür werden jetzt immer weiter verdrängt und Rhaenyra hält dann aber eigentlich dagegen von wegen, ja, es ist ganz simpel, sie haben den Thron usurpiert. Und dann fand ich es sehr schön, wie Rhaenys sagt, ja, aber das ist nur eine Betrachtungsweise, das fand ich eine echt schöne Anspielung auf die, auf die Bücher, wo du ja, oder auf das Buch, wo du eben, ja, verschiedene Sichtweisen von verschiedenen Quellen hast und sie lässt dann auch so Revue passieren. Ja, was, was hat jetzt hier das Fass zum Überlaufen gebracht? War es Jaehaerys Tod? War es Lukes Tod? War es vielleicht sogar Aemons Auge, was nie wirklich ausgeglichen wurde, ne? Also, das ist im Grunde genommen wirklich, das ist genau wie bei den Blackwoods und, ähm, Brackens und wenn das jetzt hier mehrere hundert Jahre später wäre, dann wüssten die wahrscheinlich auch nicht mehr, was da mal ursprünglich gewesen sein könnte, ne? Ne, uns wird ja auch immer wieder gesagt, dass ein Krieg zwischen Drachen die absolute Katastrophe wäre. Oh ja, und dass die Götter vor allem, äh, das sagt Rhaenys auch gegen Ende, äh, den Göttern ist nicht so sehr zuwider wie ein Krieg oder ein Konflikt zwischen Verwandten und zwischen Drachen sogar noch schlimmer. Aber sie hat auch einen Hoffnungsschimmer für Rhaenyra, denn sie erinnert sich daran, dass es noch eine Möglichkeit gäbe, beziehungsweise eine Person, um jetzt dieses Chaos völlig nochmal abzuwenden und das ist Alicent Hightower. Sie erinnert sich nämlich daran, dass nach dem Tod des Königs Alicent zu ihr gekommen ist, was ich eine unglaublich tolle Szene zwischen beiden fand, nebenbei bemerkt in der neunten Folge, wo Alicent Rhaenys auch klar macht, also wo sie sie da festgehalten haben, ne, in ihrem, äh, Turmzimmer, wo die ihr klar gemacht hat, sie will eigentlich auch keinen Krieg. Also sprich Rhaenyra und Alicent und auch Rhaenys, sie wollen eigentlich alle dasselbe, sie wollen die Stimme der Vernunft in diesem Konflikt sein und ich muss sagen, das finde ich auch, also nicht nur ein Hinblick auf Folge 9 da, sondern generell auch auf Rhaenyras Verhalten, finde ich das hier sehr, sehr stimmig weitergeführt, weil man merkt auch in ihrem Kriegsrat, dass Rhaenyra immer noch versucht, wirklich einen offenen Krieg zu vermeiden. Ja, absolut und du siehst halt auch dann die, ja, die Gegenseite, die auf Teufel komm raus versucht, Krieg. Wir wollen Krieg. Ja, um jeden Preis. Ja, um jeden Preis. Äh, dann kommt ja raus, dass, dass Alicent durchaus auch Versuche gemacht hat, mit Rhaenyra zu kommunizieren. Sie hat ihr nämlich Briefe geschickt, die Rhaenyra aber nicht öffnen will, weil Rhaenyra der Ansicht ist, ja, gut, Alicent will keinen Krieg, aber sie lässt das halt hier alles zu, ne? Also sie, sie hat es zugelassen, dass das Aegon und dann wahrscheinlich auch Ser Criston, dass die, äh, Ser Arric dahin schicken, um sie zu ermorden und Rhaenys dann so, ja, aber das gleiche denken sie von euch, was Jaehaerys angeht, ne? Ja, und dann sehen wir noch, wie, wie das Grab endgültig zugeschaufelt wird. Das fand ich auch ein starkes Motiv. Das ist auch wieder so, wenn du überlegst, halt, diese beiden Brüder, die sind ja im Grunde genommen auch vor Boding für den Bürgerkrieg, ne? Also Bruder gegen Bruder. Und dass sie das dann nochmal so zuschütten, ist dann so ein bisschen so von wegen, ah, vielleicht können wir es doch nochmal kaschieren, vielleicht können wir es doch nochmal ausblenden, dass da jetzt im Grunde genommen, äh, ja, ein riesen, riesen Bürgerkrieg bevorsteht, der vor allem auch für das ganze Land drastische Konsequenzen mit sich bringen wird, ne? Ja, ich fand's nur gut, dass sie beide tatsächlich in einen, in einen Grab gelegt haben und nicht einen dann noch, was weiß ich, als Drachenfutter irgendwie verwendet haben und den anderen nur hochgeholt, sondern dass sie tatsächlich beide gesagt haben, okay, gut, ja, gehören beide zu eins, egal, was jetzt passiert ist, fand ich doch schon sehr, ja, eine versöhnliche Geste, auch wenn's, aber es ist halt, glaube ich, auch dazu da, wirklich auch die Götter nicht weiter zu erzürmen, um halt auch vielleicht eine gewisse, ja, für die nachvollziehbare Balance zu halten, um zu sagen, man möchte die Götter nicht erzürmen, die sind wahrscheinlich eh schon stinkig, wir machen das, beide haben ihren Eid gehabt, beide haben ihren Eid gehalten, egal, es ist für welche Seite, es ist ehrenvoll, packen wir es in eins, gut ist. Okay. Ich würde sagen, wir springen mal weiter. Jo. Wir switchen rüber nach King's Landing, wo es ja letzte Woche etwas zu feiern gab, also zumindest für die wenigen Fans von Kristen Cole, aka Fabian Frankel, denn er wurde ja zur Hand des Königs befördert und wir hatten es auch, glaube ich, bei uns auf dem Discord geschrieben, generell verpennt in der zweiten Folge oder auch schon davor, ähm, weil wir hatten ihn ja vor zwei Jahren liebevoll Sir Krautsalat getauft und da er ja jetzt, äh, befördert wurde, würde ich sagen, wir nennen ihn ab jetzt Lord Sauerkraut, bist du damit einverstanden? Ja, okay, klingt gut. Wir starten mit ihm, er wird von unten gefilmt und ist auch relativ so in Gedanken und was direkt auffällt, also, äh, für alle, die sich gefragt haben, wo kriegt der jetzt die Hand des Königs, äh, an seine Rüstung gepinnt, gar nicht. Er trägt nämlich eine Kette statt, äh, dieses Abzeichen. Sieht schick aus. Ja, durchaus, also, er, äh, ist da relativ so in, in Gedanken versunken, also man merkt, er muss noch wirklich so in diese Rolle reinkommen, bis er dann irgendwie von einem, äh, knappen oder was, äh, aus seinen Gedanken gerissen wird, dann haben wir eine kurze, äh, Einstellung auch von außen und da sehen wir direkt, dort werden Banner entrollt und das sind jetzt endgültig grüne Banner, äh, mit einem goldenen Drachen. Hat was. Ich hab noch hingeguckt und dachte, ey, sieht aber nicht schlecht aus. Ich bin zwar eher fürs Schwarz, aber das hatte schon so einen gewissen Kontrast, der, der ins Auge sticht. Ja, das ist jetzt halt endgültig die Fraktion der Grünen, ne, und der goldene Drache, der steht ja auch für, äh, hier Aegons Drachen Sonnenfeuer, den wir ja noch, äh, zu sehen kriegen werden, aber dazu später mehr. Kristen Cole, äh, geht, äh, die berühmte Treppe runter, äh, dort lungern, äh, welche aus seiner Garde herum und man merkt direkt, ja, also wirklich ernst nehmen die ihren Job nicht, bis er dann vorbeikommt und dann sie mal kurz so Haltung annehmen, also halt wirklich wie so ein, wie bei so einem Vorarbeiter auf der Baustelle, wo eigentlich keiner arbeitet und dann so, 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 sobald der mal irgendwie, äh, im Blickfeld auftaucht, oh ja, 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 wir, wir tun jetzt mal so, als, als würden wir arbeiten, ne. Aber wirklich müde, das dann auch noch zu verschleiern, machen, er läuft vorbei. Ja. Und dann ist wieder, yo, servus. Genau. Und die gammeln da wirklich rum, also es nimmt keiner mehr groß ernst, wo ich mir denke, alter, sag mal, ah, die haben doch gerade erst jemanden gekillt. Ja, vor allem, du musst bedenken, er ist ja eine noch höhere Amtsperson, also er ist, also er ist ja nach wie vor wahrscheinlich immer noch Lord Commander der Königsgarde, aber er ist auch die Hand des Königs. Er ist jetzt beides in Personalunion und dadurch wirklich, also er ist die zweit- und drittmächtigste, äh, Person in den Siebenkönigslanden, oder muss man schon sagen, also wie gesagt, ich, ich mag die Figur überhaupt nicht. Der hat schon weit gebracht, das muss man, das muss man ihm lassen, ne. Ja, ja. Ja, jedenfalls kommt er dann zu der Ratssitzung, wo wir dann auch erstmals sehen, dass er sich so eine, äh, ja, ich sag jetzt mal Sprecherkugel nimmt, also da war ja auch schon mal irgendwie in vorherigen Recaps eine Diskussion von wegen, jeder, der da eine Kugel hat, darf sprechen, das ist ja halt so ein elitärer Club und wir sehen dann auch erstmals, dass der Stuhl, auf dem sonst Otto saß, dass das wirklich der Stuhl der Hand ist, ne, also da ist wirklich so ein Handsymbol drauf, wo er dann drauf Platz nimmt und, ja, es ist, also es läuft schon direkt am Anfang nicht so gut, weil er kommt schon zu spät zu dieser Ratssitzung und dann geht's erstmal da drum, irgendwie jetzt zur Rekapitulien, ja, ist jetzt nicht so toll gelaufen mit, äh, Seraric und, äh, dieser, dieser Posse, die er und, äh, Aegon da eingefädelt hatten. Und da hab ich mich schon so ein bisschen gefragt, äh, woher wissen die jetzt eigentlich, dass das gescheitert ist? Keine Ahnung, vielleicht haben sie einen Raben gekriegt oder sie haben halt auch dort noch irgendwie jemanden, der ihnen dann Infos weitergibt, aber das war auch sowas, wo ich gedacht hab, okay, es hat sich aber schnell rumgesprochen. Ja, ich mein, gut, die können sich natürlich auch denken, wenn er nicht zurückkommt. Ja, eben. Aber, also, da, da liegt er jetzt wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, ich schätze mal, ein Tag wird da mindestens zwischen jetzt gelegen haben. Ich mein, das ist eine mittelalterliche Welt und wenn die jetzt keinen Raben geschickt haben von, äh, Dragonstone, dann dürften die davon eigentlich, also, ich mein, es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass Seraric dann doch irgendwie ein Verräter geworden ist und doch jetzt auf der Seite von Rhaenyra kämpft, ne? Das hätte ja auch sein können. Ja, aber ist halt so. Es geht dann vor allem darum, dass, äh, also erstmal darum, ähm, ob, äh, Aegon schon neue Ritter für die Königsgarde gefunden hat, weil irgendwie müssen ja beide Kargelbrüder ersetzt werden. Und man merkt, ja, dieser Plan, äh, von Cole, der ist auch im Rat nicht so sonderlich toll angekommen und dieser Sir Jasper Wilde, also hier Eisenrute, Iron Led, äh, macht dann auch kein Hehl daraus, dass er das eigentlich für ziemlich dumm hielt. Und, äh, und Christon, äh, darf sich dann dafür rechtfertigen, dann selbst vor Allison, ne, die dann auch meint, ja, also, dieser Plan war jetzt vielleicht ein bisschen übereilt. Ja, aber das ist, ja, aber das ist ja halt so, wie es, wie es ist, ne? Also, du siehst dann ja die ganzen, die ganzen Kerle, die da sitzen und nach Blut lächeln und sagen, ja, kommt, wir müssen jetzt auch mal wieder, äh, schneller zuschlagen und eigentlich war alles viel zu soft, wir brauchen richtig Rambazamba und, ähm, sind wir ehrlich, der König ist von allem begeistert, was irgendwie nach Blut schmeckt. Oh, ja, auf jeden Fall, denn sie haben noch andere, äh, Kunde, äh, bekommen, nämlich eben von, äh, dem Konflikt zwischen Haus Brecken und Haus Blackwood. Und, ja, Aegon freut sich darüber, von wegen, ja, das ist, das ist das erste Blut in unserem Namen, ne? Also, gut so. Und, ja, sein Rat ist davon aber nicht so begeistert, weil Lord Samuel Blackwood ist tot. Das heißt, dass, dieses Haus kann man wahrscheinlich auch nicht so leicht nochmal irgendwie für sich gewinnen. Okay, die haben sich natürlich schon zu, äh, Rhaenyra bekannt, aber man hätte da ja vielleicht noch was machen können, ne? Tylan Lannister sagt dann auch, äh, ja, also, sorry, aber beide Seiten hatten große Verluste und ein wirklicher Sieg für uns ist das jetzt hier bestimmt nicht. Und dann wird halt darüber diskutiert, also, dann hier, Iron Letten meint auch, ja, hier, diese Fede zwischen denen ist hunderte von Jahren alt und die, die brauchen eigentlich immer nur einen Vorwand für Missgunst und, äh, um sich halt gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, ne? Ja, und Aegon, äh, und das fand ich auch in der Szene sehr stark, äh, man merkt, äh, halt wieder, was der für ein schlichtes Gemüt ist. Der spielt nämlich die ganze Zeit diesmal nicht gelangweilt mit der Kuge, sondern mit dem Dolch und rammt ihn dann auch irgendwann so in den Tisch, als er genug hat, ne? Ja, ja, und dann auch wirklich nach noch mehr Blut schreit und sagt, es ist Krieg, es ist Krieg! Ja, ja, von wegen, ihr könnt es, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, ich nenne es Krieg, fertig, ne? Genau, der einzige, der doch relativ cool und gefasst war, war tatsächlich Eamon, der da sitzt und das war auch so, ich konnte, also, bei den anderen siehste die emotionale Lage im Gesicht tatsächlich, aber bei ihm konnte ich jetzt nicht irgendwie rausfinden, finde das gut, finde das jetzt weniger gut, hat er jetzt auch noch mehr Blutdurst oder will er sich lieber raushalten? Und es war wirklich schwer, schwer zu deuten. Obwohl, ich muss zugeben, ich fand, dass der eigentlich, also da ist ja auch ein ganz starkes Bild, wir kommen dann wieder eben zurück zu dieser Münze, über die ich ja vorhin gesprochen hatte. Man sieht nämlich einmal in der Unschärfe irgendwie, dass er die die ganze Zeit so in den Fingern, also durch die Finger gleiten lässt, dann dachte ich mir auch so, boah, also der lädt sich so langsam auf, steht so langsam unter Strom und will eigentlich nur noch in die Schlacht, ne? Also da ist auch so eine gewisse Anspannung, also nicht Nervosität, sondern man merkt, der sitzt auf glühenden Kohlen und das tun hier alle anderen auch noch und deswegen ist dann auch zum Beispiel Mr. Orwell, wo ich mich auch so frage, warum heißt eigentlich nicht der Meister der Flüsterer Orwell? Ich meine, es gibt ja hier keinen, aber das wäre ja eigentlich der perfekte Name dafür, ne? In Hinblick auf George Orwell, ja gut, hat der jetzt gezündet? Ich weiß nicht, egal. Der sagt dann, dass sie irgendwie einen Raben an Lord Tully geschickt haben in den Flusslanden und dass der diese beiden Häuser, also Bracken und Blackwood, dass der die in den Griff kriegen sollte und Iron Rod macht dann aber keinen Hehl daraus von wegen, ja, Lord Grover ist alt und in Alsace, dass das Heer der Hohenturms, also hier von Onkel Ormund, Aegons Onkel Ormund, das ist doch viel, viel besser. Aber der Drache von Daron in Alsace, der wird dann auch bald kampffähig sein und die könnten doch dann beide in die Flusslande schicken und dann kriegen sich ja der Meister und Iron Rod und Thailand so richtig, also da herrscht wirklich Unstimmigkeit zwischen den dreien und das ist wirklich so ein, irgendwo in deinen Notizen hast du es glaube ich Kindergarten genannt, ne? Ja, ich hatte es nochmal aufgeschrieben, weil dann später kommt nochmal, aber da ist, also kommt auch nochmal so eine Szene, aber da ist wirklich, dann foppen sie sich untereinander und du denkst dir, sag mal, nehmt ihr das hier nicht ernst genug? Was soll denn der Blödsinn? Ja, weil sie sich halt auch gegenseitig so hochschaukeln, ach Gott, ja, der kriegt ja nichts mehr hin, was willst du mit dem und die waren sowieso noch nie gut und ja, da hockst du halt zwischen, das ist wirklich Kindergarten, ne? Ja, die wollen sich auch gegenseitig ausstechen mit ihren Häusern, ne? Ja, natürlich. Rod von wegen, hier, Alsace hat das geile her, Thailand, ne, hier, hier, auf Casterly Rock, die Lannister-Armee, die könnte dann sofort von Westen aus die Blackwoods angehen und vernichten und dieser Meister Orwell, der bekanntlich dann kein Haus hat, der meint, ja, sollten wir nicht eher warten und dann beide Heere vereinen und, naja, der ist halt kein Militärstratege, ne? Ja, das merkt man dann schon und dann muss Alicent irgendwann wirklich ein Machwort sprechen, äh, aber es kristallisiert sich dann, äh, Fürster Christon, der ja jetzt bekanntlich die Hand ist, heraus, die Flusslande, wo das eben mit den Brackens und Blackwoods passiert ist, die sind entscheidend für den Krieg, also er sagt es einmal, die Flusslande sind der Schlüssel für den Krieg und der Schlüssel zu den Flusslanden ist Arenhall, also eben diese gigantische Festung, äh, die ja eigentlich nur noch so ein, äh, ich glaub so zwei Drittel, ein Trümmerhaufen ist. Und er, äh, fasst dann den Entschluss, er will dorthin, er will dorthin mit Männern, die er trainiert hat, die er kennt, also er will, er will, äh, mit seinen Männern will er in die Kronlande reisen, also die Kronlande, die ja, äh, von House Lannister, also dem Wächtern des Westens kontrolliert werden, äh, will er gewinnen, die verschiedenen Häuser und mit den Truppen, also er will sein Heer dann, äh, dadurch immer weiter anwachsen lassen, äh, nach Westen ziehen, dort die Brackens verpflichten und dann mit diesem Heer will er Arenhall einnehmen. Also sprich, sie haben eigentlich genau das vor, was auch Rhaenyra plant und dann, äh, über Daemon, den sie losgeschickt hat, die wollen Arenhall, weil, äh, ja, das ist halt, äh, das größte und, äh, äh, wichtigste Bollwerk in diesem Krieg anscheinend, ne? Ja, und, äh, er und Alison kriegen sich dann aber so ein bisschen in die Haare, ne? Also, äh, das fand ich auch sehr gut, ist dir das mal aufgefallen, er sieht sie teilweise kaum an, als sie irgendwie mit ihm redet, ne? Er belächelt sie auch so zwischendrin, also nachdem sie dann auch sagt, das, das, äh, wird jetzt alles nix und wir müssen gucken, dass wir jetzt tatsächlich mal auf, auf einen gemeinsamen Nenner kommen, ist er so zwischendrin und du siehst es halt auch, ne, wo er dann, er guckt sie ja nicht an und er guckt sie weg und er sagt dann auch irgendwann, ja, komm, ey, was hat denn der König überhaupt dazu zu sagen, weil du hast nämlich das letzte Wort und von dir, Mädchen, Weib, lass ich mir nichts sagen. Ja, so, 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 so direkt sagt er es nicht. So direkt, aber, nein, aber er sagt, die, die, die Blicke, die Geste und diese Worte und dann halt zu sagen, ihr Wort wirklich auch abzuschneiden und zu sagen, okay, was sagt denn der König dazu? Ja, das ist so, du hast sowieso keine Ahnung und. Und dabei, dabei ist sie, also ich meine, die ist jetzt auch keine Kriegsstrategin, aber sie ist eigentlich sehr viel klüger, weil er sagt so von wegen, ja, hier, ich will jetzt dieses Zeitfenster nutzen und, äh, jetzt dahin mit meiner Armee und sie meint dann, ja, aber nee, wir, wir brauchen mehr Zeit, um irgendwie Verbündete und Mitstreiter, um uns zu scharen und wenn das rauskommt, dass ihr unterwegs seid, ihr seid so eine geringe Schar am Anfang, dass die erste Bastion, auf die ihr stoßt, euch direkt besiegen könnte. Und, äh, das ist natürlich nicht unwahrscheinlich und du musst bedenken, das ist die Hand des Königs. Das ist das Problem, da merkst du auch, Kristen ist noch nicht so wirklich in seiner Rolle angekommen. Nee, ich denke halt auch, er ist halt wirklich, äh, also er sagt ja auch, hier, Aegon, ja, jetzt hat er ja eine, äh, Fist of Steel. Ja. Also, ja, die, 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 die Hand, die, die auch zuschlägt. Und die aus Stahl ist und die auch kämpft und, ja, ich denke halt wirklich, also, ähm, Meister Sauerkraut ist halt, ist halt, ist halt ein Ritter. Ist halt ein Kämpfer. Ja. Und kein großartiger Stratege. Weil es ist, es ist schon wirklich sehr dumm eigentlich, dass die Hand des Königs, die ja nun mal sowas wie der Vizekanzler ist, dass die jetzt ins Felde zieht. Also, als, weiß ich nicht, als Lordkommandant der, der Königsgarde oder so wäre das ja noch okay. Aber nicht als Hand. Das ist ziemlich dumm. Aber Aegon, tja, hat jetzt natürlich keinen guten Berater mehr, versteht das nicht und sagt einfach nur, oh ja, super. Ja, hier, nehmt doch hier Aemon und Vaga mit. Und ich, ich, das ist die Krönung, ich komme auch noch mit auf Sunfire, auf meinem Drachen, ne? Und das kommt dann bei seinem Rat wieder nicht so toll an, weil die denken sich wieder so, ja, also Majestät, wir, ne, ihr müsst jetzt nicht selber hier ins Feld ziehen. Und Kristen schiebt dann da zumindest so leichten Riege vor und sagt dann, ja, ne, hier, Vaga und Aemon, ihr bleibt besser hier und, und, äh, verteidigt die Stadt, weil ich will auch unerkannt bleiben. Die sind ja, die werden ja dann nicht zu übersehen. Da ist dann Aemon auch wieder so von wegen, oh ja, ne, Bruder, du musst hier bleiben, weil wir können ja deinen Verlust nicht riskieren. Und dann so, da denkt man sich so, alter, will der den unterwegs aus dem Weg räumen oder so? Ja, die Vibes hatte ich auch. Die Vibes hatte ich. Ich hab ja gedacht, okay, gut, der guckt den so an von wegen, ach, eigentlich, wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn du gar nicht mehr zurückkommen würdest, aber nee, ach komm, bleib hier, ne? Ja, und dann, und dann spielt er dabei noch, glaube ich, mit dieser Münze die ganze Zeit, wo ich mir echt so dachte, also auch mit der Augenklappe, ich dachte wirklich, bald da sitzt Le Chiffre aus Casino Royale so ein bisschen. Und, äh, äh, die, die Szene, die wird auch großartig abgeschlossen, dass Aegon damit dann irgendwie Eindruck schinden will von wegen, ja, nee, ist doch egal, ich bin ja so furchterregend wie alle anderen auch. Sein Rat ist dann so, also, keiner sagt was dazu, äh, Lord Iron Rod, oder wie der heißt, der trinkt irgendwie so peinlich pikiert aus seinem Kelch und man merkt, die wollen da alle nicht so wirklich was zu sagen, ne? Mhm. Großartig. Ja, was willst du denn da noch groß sagen? Das ist, ach Gott, ey, ja, tolle, tolle Szene mal wieder, also da merkt man auch so die, die Dynamik einfach, ne, und dass die so langsam auch, also da, da beweitet sich eben auch das, was schon in Folge 2 angesprochen wurde, nämlich, dass Alicent ihre beiden Söhne eigentlich überhaupt nicht mehr im Griff hat und jetzt auch noch Kristen Cole, ne? Kann man gespannt sein, wo sich das hin entwickeln wird, wir machen dann aber, äh, den Schwenk nach Dragonstone, wo ich nochmal ganz klar sagen muss, Props an diese Kamerafrau, äh, Catherine Goldschmidt, hier sind so geniale Einstellungen, also wie Mysaria da auf dieser, äh, Brüstung oder was das ist steht und da in die Ferne Blick diesen Drachen sieht, das ist sowas von toll gefilmt. Mega, und dann noch das Geschrei im Hintergrund und dieses Flügelrauschen, mega, also Flügelrascheln, so rum, wenn da dann immer seine Schwingen. Also mich, ich, ich muss dazu sagen, mich kriegt man eh schon bei Aufnahmen mit Gegenlicht, das ist, das ist so toll und es ist einfach auch ein starkes Bild, also es ist ja auch so irgendwie so in der Dämmerung und, äh, Rhaenyra kommt dann ja zu ihr und im Verlauf des Gesprächs kommt dann ja auch so, äh, raus, der Drache, den sie da beobachtet hat, dass das der von Lenor ist, ne, so Seasmoke, Seerauch im Deutschen. Und, äh, und, äh, da muss ich auch was korrigieren von letzter Woche, das ist nämlich auch der, den Adam da in dieser ganz kurzen Szene, wo er da in Watt nach Krabben sucht, gesehen hat, aber es saß niemand auf seinem Rücken. Okay. Der Drache war führerlos und im Hinblick auf Elim ist es vielleicht auch Foreshadowing. Hm. Aber, äh, wir, äh, bleiben jetzt hier und im Gespräch zwischen Rhaenyra und Mysaria stellt sich dann heraus, dass Mysaria dafür verantwortlich war, dass, äh, Saaric aufgehalten, äh, werden konnte und daher hat sie Rhaenyra das Leben gerettet, ne? Genau. Lässt sich jetzt halt belohnen. Ja, genau. Die möchte nämlich im Rat, äh, von Rhaenyra sitzen und, ja, man kann sich dann schon denken, auf welches Amt das hinausläuft, oder? Ich weiß es nicht, ich hab's, also, äh, ich dachte eher, dass er halt zum, nicht zum Rat, sondern eher zum Stab gehören möchte, also jetzt nicht, dass er direkt mit in der, in der Halle am Tisch sitzt, sondern dass er einfach so im Hintergrund, das würde eher zu ihr passen, finde ich, so als, ja, so als, ja, kleine Beraterin, so als Little Hand. Mhm. Das sagt sie auch, sie ist überrascht von der Gnade, die ihr Rhaenyra hat zuteilwerden lassen und dann meint sie auch, ja, ich, ich werd nicht sonderlich oft überrascht und hier, ich bin, ich bin nützlich für euch, ich bin sogar nützlicher als Gold für euch, weil ich kenne King's Landing, ich kenne die Dienerschaft, ich kenne dort die Abläufe, ich hab da meine Spione. Und, äh, ja, also in der zweiten Folge kam's durch und hier jetzt endgültig, Mysaria ist praktisch der weibliche Varys, wenn du es so willst. Mhm. Und sie wird zur Meisterin der Flüsterer, sehr, sehr wahrscheinlich von Rhaenyra. Ja, das, das, das wird eher, also das finde ich, das passt. Also, musstest du in der zweiten Folge nicht auch an Varys denken? Nee, nee, ich hab's direkt als, als Pendant halt zu, äh, Klamfut gesehen und dachte, ja, jetzt hat jeder seinen, seinen Schwätzer, seine Flüsterer und los geht's. Also, was heißt los geht's? Weiter geht's. Ja, sie, 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 sie als Figur ist halt dahingehend, weil, äh, musst du ja bedenken, Larys ist ja ein Hochgeborener, ne? Mhm. Der ja halt unter seinem Klumpfuß leidet, aber, äh, im Nachhinein, das hab ich gar nicht so im, im, äh, Podcast letzte Woche gesagt, aber Mysaria ist wirklich so, die kommt von ganz unten, die hat sich hochgearbeitet, bis jetzt dann in den, in den Rat, äh, der Königin, das erinnert sehr an Varys, ne? Und, äh, und, äh, dann ist noch interessant, dass, äh, sie spricht dann nämlich Rhaenyra noch auf die Drachen an und meint dann von wegen, ja, sind die, sind die immer so unruhig? Und, äh, Rhaenyra sagt dann, ja, hier, das ist der Drache von Laenor und der ist seit kurzem irgendwie wie unruhig, wir wissen auch nicht warum, aber, hm, wie wir dann später erfahren werden, sie lügt sich da nicht so ein bisschen in den Bart, aber sie weiß, glaube ich, was der Grund dafür sein könnte, ne? Ja, ich glaube, in dem, in dem Moment wollte sie es ihr, glaube ich, auch einfach nicht aufs Brot schmieren, sozusagen, um... Ja, die ist auch noch so ein bisschen am Überlegen, ob sie ihr so vertrauen kann, glaube ich, ne? Also, klar, die hat ihr das Leben gerettet, aber sie ist dann auch, also, sie sagt zwar nicht so direkt so von wegen, also, hm, ja, okay, ihr kriegt den Sitz im Rat, aber übertreibt es nicht so nach dem Motto, ne? Wir bleiben dann an Rhaenyra dran, äh, die in der Burg jemand anderen trifft, nämlich Rhaena, das ist ja die andere, die andere Tochter von, äh, Daemon, die ja auch noch da ist, also, der hat ja diese, der hat diese zwei Töchter Rhaena und Baelor, ne? Baelor. Äh, und ich muss sagen, ich kann sie jetzt endlich mal auseinanderhalten, wie geht's, wie, wie ist es bei dir? Äh, ich weiß, dass Baelor einen Drachen hat und... Rhaena nicht. Rhaena nicht. Genau. Und, ja, und die eine hat halt, ja, also, Baelor ist vom Teint auch dunkler als Rhaena. Und klar, die Haare. Rhaena, Rhaena hat eben so diese klassischen, äh, Rasterlocken, die alle, äh, Velaryons eigentlich haben, ne? Also, das, ah, es ist schon, also, es ist jetzt nichts gegen die Diversität in der Serie, ich finde die auch sehr, sehr gut angewendet, aber es ist immer so ein bisschen komisch, wenn du halt diese, äh, afroamerikanischen Darsteller, Darstellerinnen hast, die mit diesen wirklich weiß-blonden Haaren da sitzen und gerade, also, hier ist es jetzt auch schon besser, weil in der ersten Staffel, gerade so dieses kleine Mädchen bei Viserys da, also die junge Lena, da sagst du halt wirklich sowas von, die Perücke, ne? Das hast du hier in der Folge auch, es gibt da auch eine Stelle, das kommt später, wo sie Dragonstone einen Weg hinuntergehen, da siehst du es von hinten auch deutlich. Das ist ganz kurz, aber da siehst du auch, okay, gut, das ist eine Perücke. Genau, da kommen wir gleich zu, aber das, also, du siehst es bei, äh, Baelor siehst du es schon deutlich, ja, bedingt auch durch die Frisur. Aber wir bleiben jetzt bei Reyna, die wir ja noch nie so richtig gesehen haben, glaube ich, ne? Jedenfalls will Rhaenyra was von ihr, die will nämlich, äh, wie dann hier im Gespräch deutlich wird, die will ihre Kinder in Sicherheit bringen und dafür hat sie ja, ja, einen Deal mit dem grünen Tal geschlossen, ne? Also, Lady Jane Arryn hat ihr ja, äh, Truppen versprochen und dafür will die einen Drachen haben und, äh, da aber Reyna keinen Drachen besitzt, gibt sie ihr einen anderen Auftrag, nämlich, äh, Rhaenyra plant Gottfried, also ihren, ne, ist nicht ihr jüngster Sohn, aber auf jeden Fall, äh, also der, der, äh, jüngste von, also der jüngste von den Bastarden, ne? Ja, den will sie ins grüne Tal schicken, Aegon und Viserys sollen mitgehen, genau, äh, Reyna, äh, soll nämlich noch woanders hin, also das im grünen Tal, das ist nur vorläufig, denn Rhaenyra will sicher gehen, dass ihre Schützlinge, also ihre Kinder, ihre Verbliebenen wirklich komplett vor dem Krieg sicher sind in eine Zeit lang, die will die nämlich, äh, auf lange Sicht nach Essos schaffen. Also, man merkt auch, Rhaenyra ist jetzt schon wirklich, ja, die ist jetzt schon wirklich so Edge on, on, on her Seat, ne? Also, die hat jetzt wirklich verstanden, oh, die haben ihr Mörder geschickt, ihre Drachen sind nicht allzu weit weg und unsere Drachen, wir haben zwar einige hier, die sind aber teilweise noch sehr klein und schwach. Und deswegen soll Reyna nach Pentos gehen und dort, ja, mehr oder weniger so die, also auf längere Sicht die Mutter, äh, für Rhaenyras Nachwuchs sein. Genau, und da meckert sie ja auch noch und sagt, dass sie sie eigentlich nur wegschicken, weil sie noch keinen Drachen hat und sie eigentlich auch lieber kämpfen will, aber irgendjemand muss halt auf die Kids aufpassen und auf die kleinen Drachen. Ich musste, ich musste da so ein bisschen an, äh, Dings denken, an, ähm, Eowyn in Herr der Ringe, die ja auch die ganze Zeit kämpfen will und dann halt in die Höhlen geschickt wird, um, um sich um die alten Dranken zu kümmern, etc., ne? Mhm. Auch so ein bisschen eigentlich so auf die Ersatzbank, also man kann dann auch diesen Frust von Reyna verstehen, ja, aber sie hat halt auch keinen Drachen, ne? Also das heißt dann auch, äh, Rhaenyra braucht ihre Schwester hier, weil die hat halt einen Drachen, ne? Also sie sagt es ihr natürlich nicht so direkt, weil die will die ja auch nicht verletzen. Sie trägt ja auf jeden Fall auf, äh, an, äh, Prinz Reggio zu schreiben und Prinz Reggio, ich musste erst ein bisschen überlegen, äh, dir sagte der Name wahrscheinlich nichts? Nee, absolut. Kurzes Recap zur ersten Staffel, das ist der, bei dem Daemon und Lena mit ihren Kindern gezeigt wurden, als sie sich in Pentos aufgehalten haben. Okay. Und, äh, wenn der einwilligt, dann, ja, sollen die eigentlich so schnell wie möglich nach Pentos geschafft werden und Reyna soll eben dieses Opfer bringen. Man merkt es, Rhaenyra fällt es echt nicht einfach, ihre Kinder wegzuschicken, ne? Nein, aber es ist halt wirklich die, ja, es ist die beste Entscheidung. Du weißt nicht, was die Gegenseite plant und bevor dann die ganze Blutlinie ausgelöscht wird, ja, musst du halt tatsächlich in den sauren Apfel beißen und die Kids dann wegschicken. Ja, vor allem macht sie, Reyna, eigentlich klar, dass das, äh, hier, was, was du da tust, das ist ein Opfer, äh, was du eigentlich für uns alle bringen musst, ne? Weil, wenn, wenn, wenn dieser Krieg hier schlecht ausgeht, naja, dann bist du die Zukunft von Haus Targaryen. Äh, ja, eigentlich ist es ja die, die wichtigste Aufgabe. Ja, definitiv. Klar, Krieg und so, aber das ist einfach, was du sorgst für den Fortbestand unserer Blutlinie, Familie, Drachen und so weiter und so fort. Also, das ist schon eine, also, finde ich, ist eine ehrenvollere Aufgabe, als zu sagen, hock dich auf den Drachen und brutzel ein paar Ritter. Ja, ja, wie man es nimmt, also, ich meine, es ist ja, das, das ist halt die Aufgabe mit mehr Weitsicht, ne? Das ist nicht so aus der, aus der Situation heraus. Also, ich kann den Frust von Reyna ja schon verstehen, auch weil sie jetzt irgendwie einfach so, so zur Kindsmutter degradiert wird. Aber, ja, das ist nicht zu unterschätzen, vor allem, dass dann Targaryen ins Exil nach Essos gehen, das kommt uns ja dann auch aus Game of Thrones bekannt vor, ne? Und das hat schon mal den Fortbestand dieses Hauses gesichert, ne? Ja, Reyna ist dann zwar nicht sonderlich begeistert, aber geht dann mit knappen Your Grace, ne? Wie, äh, das, äh, gefühlt alle sagen zu Rhaenyra, geht dann ab. Äh, und wir begeben uns in etwas andere Gefilde als Dragonstone, nämlich zu Dämen. Und der ist, äh, wenig überraschend. Also, manche hatten wohl erst gerätselt, ob er wirklich dorthin geht, aber es ist tatsächlich der Fall. Er ist ja auf dem Weg nach Harenhall und man merkt sofort, wir sind hier in einem völlig anderen Habitat, denn, äh, es stürmt ordentlich, ne? Ja, und er macht mit unter einen der coolsten Auftritte dieser Folge. Ja. Also, der Drache landet auf einer Spitze und krallt sich unter tosendem Gewitter ins Mauerwerk ein, man skippt Blitze. Mhm. Das hat ordentlich gerumpelt, ich hab meine, meine Kopfhörer schön mit Bass versorgt. Und wirklich, wenn der Drache da in dieses, das Gestein seine Krallen, also, landet und die Krallen reinhaut, das gibt so einen Bass. Ja. Dazu noch das Gewitter, der Blitz und du siehst Damon, wie er oben drauf, also das, noch krasser kannst du auf keiner Party aufschlagen. Es ist vor allem auch wieder halt seine, sein Drache-Karaxis, ne? Der halt auch diesen sehr eigenen Schrei hat, den ja dann auch schon die in der Festung hören alarmiert sind, Drache! Ne? Und die gehen dann direkt in Deckung. Äh, ich muss aber sagen, ich fand Damon in diesem Sturm auch sowas von geil. Und da merkt man jetzt auch, sie haben jetzt mehr Budget. Weil ist dir aufgefallen, dass die ganze Szene, also, während er da auf Harrenhal zufliegt, sehen wir das nicht alles immer nur von Weitem gefilmt oder in der Totale, sondern auch teilweise POV. Ja. Also, als würdest du wirklich mit auf dem Drachen sitzen. Also, du hast wirklich die Position von Damon im Sattel und dann diesen langen Drachenhals. Und meine Fresse, war das geil! Ja, diese, diese POV oder Ego-Ansicht, die hast du später auch nochmal. Ja, ja. Und das ist mir auch, das war aber auch in irgendeiner Folge davor schon. Und das ist mega. Das macht richtig Laune. Das, das zieht dich halt total rein. Das finde ich wirklich, also, äh, und da ist auch wieder, also, generell, äh, du merkst wirklich, die Kamerarbeit in dieser Folge, die sticht echt raus, ne? An einigen Stellen. Vor allem dann jetzt auch hier in Harrenhal, äh, wo, äh, Damon dann eben, ja, auf der Mauer landet, wie du ja schon meintest, sich hineinbegibt mit gezogener Klinge. Und wir wissen ja, Harrenhal ist jetzt nicht in dem besten Zustand. Na, das ist ja noch stark untertrieben. Genau. Und wir, wir erfahren ja später auch noch, warum das so ist. Wobei, wir wissen es ja auch noch aus der, aus der Mutterserie, warum Harrenhal, äh, ja, eigentlich nur noch ein verbrannter Trümmerhaufen ist zu großen Teilen. Auf jeden Fall, äh, äh, ist es also wirklich, das ist atmosphärisch, das ist so geil. Weil es regnet, es blitzt Dämen in dieser vollen Rüstung durch diese Gänge, die total marode sind und teilweise tritt er ja da sogar wirklich in Pfützenhörn, Fledermäuse. Äh, teilweise hab ich wirklich gedacht, das ist so ein abgebranntes Wayne Manor oder so. Ja, und es, du siehst es ihm auch an, dass er nicht wirklich beeindruckt ist. Nö, überhaupt nicht. Er hat eigentlich mit ordentlich Gegenwehr gerechnet und wollte sich da tatsächlich erstmal durchschnetzeln und das Einzige, was ihm dann tatsächlich dann in den Gängen entgegenkommt, ist ein Soldat, der auch noch wieder wegrennen will, den er sich dann schnappt und im ersten Mal aber trotzdem ordentlich eins auf die Glocke gibt. Mhm. Und dann, ja, relativ unspektakulär in die, die, nicht mal, ja doch, groß, in die Halle, das ist kein, nicht mal eine große Halle, aber ist, glaube ich, der einzige einigermaßen trockene Raum. Die große Halle, die sehen wir ja vorher, das ist ja die, wo auch, ach stimmt, da läuft er ja durch, ja, ja, ja. Das ist die, wo ja auch der Rat stattgefunden hat zum Beginn der Serie, also dieser große Rat, wo eben die Thronfolge von König Jaehaerys entschieden wurde und, ja, wo Viserys zum König, zum Nachfolger ernannt wurde. Also sowohl im Buch als auch in Game of Thrones heißt es, diese Halle hatte 35 Feuerstellen, aber von der ist halt nicht mehr viel übrig. Also die ist zwar noch sehr, sehr groß, aber die hat kein Dach mehr und ist halt komplett nass. Also da will man sich nicht aufhalten. Nee, aber es gibt halt dann diesen, äh, Saal, wo er dann herkommt und dann auch relativ, ja, ungestüm da reinstürzt. Die sind, äh, also diejenigen, die da sind, oder es sind gar nicht mal so wenige, die sind sehr, sehr schnell eingeschüchtert, weichen alle zurück und Damon haut dann einfach nur raus, ja, ich beanspruche Harenhall. Und der Einzige, der, äh, dann nicht irgendwie, ähm, zurückschreckt, ist, äh, der Hausherr mehr oder weniger. Nämlich niemand Geringeres als Sir Simon Strong, ein etwas älterer Herr, gespielt vom, eben, diesem Schauspieler Sir Simon Russell Beale. Der kniet nieder und leistet auch nicht wirklich großen Widerstand, sondern, ja, der beugt das Knie und schwört sich auf Rhaenyra ein, ne? Und lädt ihn direkt zum Essen ein. Genau, lädt ihn direkt zum Essen ein. Äh, wo Damon aber, äh, also das, das fand ich sehr cool, äh, und das ist mir auch erst beim, beim zweiten Mal aufgefallen, während, äh, nämlich Sir Simon Strong, also halt, den Eid ableistet, äh, und sich zu Rhaenyra bekennt. Und hört Damon kaum zu, wie man das von ihm kennt, sondern er sieht eine Dame, die in den Raum kommt, so nebenbei, und die die Einzige ist, die sich nicht hinkniet. Mhm. Und, äh, ich weiß nämlich noch, weil diese Dame spielt ja, ähm, in der Folge und dann auch schon in der vierten, kann ich schon mal sagen, durchaus eine gewisse Rolle, aber das ist mir auch erst beim zweiten Mal aufgefallen, dass die hier schon in der Szene drin ist. Ich hab eigentlich eher gedacht, jetzt flippt er direkt aus, also, da er keinen töten konnte, muss jetzt halt jemand anders daran glauben und, weil er, ja, auch schon so, er ist sehr überrascht. Also, für ihn, für seinen Gesichtsausdruck ist das wirklich, äh, eine absolute Entgleisung, aber er guckt wirklich so von wegen, Moment, du, hä? Äh, du wagst dich nicht hinzuknien, weil er es ja noch weiter auf die Spitze treibt. Ja. Ja, äh, bei Damon muss ich übrigens noch ergänzen, ich fand ja seinen Helm damals in der aller, also in der ersten Folge der ganzen Serie, äh, fand ich ein bisschen albern. Und diesen Turnierhelm mit den, mit den Drachenflügeln an der Seite, äh, den hat er hier zum Glück nicht mehr gut, es ist natürlich kein Turnier, aber den Helm, den er jetzt hat, den find ich dermaßen geil, muss ich einfach sagen. Generell auch diese ganze Rüstung, oh Gott, also. Ja. Er ist, er ist ein toxisches Arschloch bis ins Valhalla, aber es ist halt auch Matt Smith als toxisches Arschloch, ne? Ja, das stimmt. Aber, ja, äh, du hattest ja schon erwähnt, er wird zum Essen eingeladen und so wirklich speisen will er aber nicht, weil er denkt, oh, das könnte ja vergiftet sein, ne? Ich würd's auch nicht essen. Auch wenn, wenn, äh, Sir Simon Strong sein Fleisch anpreist, wie gut es abgehangen ist und wie lecker und es gibt kein, aber es gibt keine Johannisbeeren, fand ich jetzt auch nicht so wild, aber trotzdem, äh, also. Ich wär genau wie Damon tatsächlich gewesen und hätte von dem und auch von Getränken nichts angerührt ohne Vorkoster. Ja, ja, vor allem ist es im Verlauf des Gesprächs, äh, sehr interessant, dass Sir Simon Strong sich erstmal umgewöhnen muss, weil er nennt ihn nämlich mehrere Male mein Prinz und das stößt dann Damon auch sehr schnell sauer auf, sodass er dann, äh, zu euer Gnaden wechseln muss, ne? Ja, was alle tatsächlich auch etwas überrascht, also sie, sie gucken dann rum, ob, wie und, äh, Sir Simon Strong sagt ja dann auch, ja, Moment, äh, ich dachte und er erstickt es ja auch direkt im Keim und sagt, ja, nett denken, your grace, Ende. Richtig, genau. Und damit ist alles gesagt. Ja, äh, vor allem ist, äh, Damon auch sehr, äh, skeptisch, weil das ist ja House Strong und bekanntermaßen gehört ja jetzt eigentlich Lord Laris Harrenhall, ne? Also eigentlich müsste Sir Simon, äh, unter dem seiner Fehde stehen und Sir Simon macht dann aber sehr schnell klar, dass, äh, die hier überhaupt nichts von Laris halten, also der ist eine Schande für die Familie und die verdächtigen ihn auch ganz offensichtlich des Mordes an seinem Vater und seinem Bruder, weil, äh, er sagt halt, ja, hier, schaut euch doch mal um. Und, äh, diese Burg hier ist klamm und nass bis zum Gehtnichtmehr, äh, und hier ist kein Feuer mehr ausgebrochen, seit euer Ahnherr Aegon der Oberer, äh, hier Harren den Schwarzen verbrannt hat, ne? Äh, kam dir das bekannt vor aus der, aus Game of Thrones? Ja, ja, ich hatte mich am Anfang tatsächlich auch etwas, äh, ich dachte noch, okay, Harrenhall, ich bin mal gespannt, wie, wie, äh, monumental und pompös und, und sonst was das ist, weil ja jeder mit, mit gewisser Ehrfurcht davon spricht und das ist der, das ist unser Dreh- und Angelpunkt, denn, das brauchen wir und dann stellst du dir sonst irgendwas vor. Und, ja, also das war, dachte ich, was, eine Drecksbude, zwar groß, aber das Einzige, was du da wirklich züchten kannst, sind Seeotter und Ratten. Ja. Aber dann hatte ich mich tatsächlich auch dran erinnert und wir hatten uns auch nochmal drüber unterhalten und dann dachte ich, ah ja, stimmt, klar, okay, gut, nee, das Ding war schon immer, also, ist schon seit längerer Zeit, äh, die eigentlich zum Abreißen da. Ja, Sir Strong führt ja dann auch aus, äh, das hier ist, 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 ist baufällig bis zum Gehtnichtmehr, ne, aber Damon will trotzdem das Ganze, ja, so als Stützpunkt benutzen, weil er sagt ja, ja, hier, Harrenhall ist die größte Burg im Reich, die 40.000 Mann, die noch keine Seite gewählt haben, aus den Flusslanden, die will ich hier unterbringen und wir haben ja diese Halle gesehen, also, da wäre schon, äh, Platz, aber, ja, es ist jetzt nicht in dem besten Zustand. Und, äh, Sir Simon meint dann auch, die, also, manche Häuser aus den Flusslanden haben sich ja schon, äh, zu der und der Seite bekannt, also, zu den Grünen und den Schwarzen und er spricht hier auch wieder über, äh, den Konflikt zwischen den Brackens und den Blackwoods, ne, und führt das dann auch aus damit, ja, dass eigentlich keiner mehr so richtig weiß, äh, worauf deren Fäde beruht, von wegen Sünde auf Sünde auf Sünde auf Sünde. Daemon will dann aber einfach ein bisschen Druck machen, indem er sagt, ja, hier, ich will den obersten Herrn sprechen und überzeugen und in Anwesenheit der Krone und das, eines Drachen, ne, also, er sagt das nicht so direkt, aber es ist fast schon eine Drohung und die Söhne von Sir Strong, die sind auch sehr schnell, äh, in Aufruhr fast schon, ne? Na ja, klar, wenn du dir mal überlegst, ich mein, auch ein Drache muss essen. Ja. Und da wohnen, da leben, glaube ich, keine Schafe. Und da muss ich ganz klar, äh, sagen, hier, dieser, äh, Sir Simon Russell Beale, der ist hier echt ein kleines Highlight, weil der bleibt wirklich so, also, der, der ist respektvoll, aber der bleibt trotzdem sehr gelassen die ganze Zeit, also, selbst bei dem Kommentar und, äh, meint dann ja auch, ja, hier, der oberste Herr, den wir hier haben, ist, äh, Lord Tully und, äh, der soll angeblich nicht, nicht mal mehr sprechen können, ist halt sehr alt und gebrechlich und die Bannerträger, die werden halt nicht auf den Hören. Da will Damon halt weiter, äh, Druck aufbauen und dann ist Sir Simon, ja, was, äh, ist ja schön und gut, aber was wollt ihr eigentlich mit diesem Herr, was ihr hier zusammenziehen wollt in unserem Haus, ne? Und Damon ganz direkt so, ja, wir wollen damit nach King's Landing und den Thron erobern. Ja, und da fand ich's, da, da hab ich's so gelacht, als dann Sir Strong sagt, wie den Thron und, ja, und er erklärt's ihm und sagt, ja, dir ist schon klar, dass es da was gibt mit ganz viel Eisen. Ja. Du bist dann der König, der Könige. Und das find ich bei beiden ein schönes Schauspiel, weil ich find auch Strong lässt sich nicht, also der ist, der zeigt sich wenig beeindruckend, er macht's auch, wie du schon gesagt hast, hier mit Respekt, aber er hat immer noch so, so ein paar kleine, auch wenn er ihn dann aus Versehen nochmal fast hier mein Prinz genannt hat und ich glaube nicht, dass das ein Zufall war, sondern ich glaub wirklich, das war auch wieder so ein kleiner Nadelpiks, weil so wie halt Damon reagiert, merkst du schon, dass das so, das ist keine aggressive Unterhaltung, aber da schwingt ein gewisser Unterton mit. Von der einen Seite Disrespekt und sagt, ne, ich find's zwar krass, aber so krass und so viel Angst hab ich auch nicht und der andere sagt, naja, reiz mich nicht. Wie, also wie die Szene dann auch abgeschlossen wird, find ich halt großartig, wo da Sir Strong so entgeistert ist, ja, der Thron, ja, 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 es ist ein Stuhl, gemacht aus Schwerter. Scheißen, ja, ja, ist schon geil. Na, das ist großartig. Also da, ich muss auch, ist dir hier auch in der Szene, also in der ganzen Dinner-Szene, ist dir da auch die Kamera aufgefallen? Die sitzt seitlich und etwas schräg und du hast aber einen Überblick auf alle, oder? Ja. Und du hast einmal wirklich so von oben gefilmt, die Tafel angeordnet wie so ein Kreis. Mhm, ja. Und das ist ein Motiv, was du dann am Ende der Folge auch nochmal siehst. Also da war ich auch so am Überlegen, was soll da jetzt, also steckt da eventuell auch bildsprachlich irgendwie Symbolik hinter, aber da bin ich da nicht so hintergestiegen, aber... Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, wir haben, stimmt, am Ende ist auch nochmal, ist im Endeffekt selber, aber... Ja. Ne, obwohl ich wollte jetzt gerade sagen, sind das denn da alle Tische, sind rund, ne, aber das stimmt nicht. Ne, ne. Das stimmt nicht, ne, ne. Ja, es ist halt hier natürlich auch eine Familientafel irgendwo, ne? Also auch so ein bisschen, ja. Ja, auf jeden Fall springen wir dann rüber nach King's Landing in der nächsten Szene, wo wir so langsam, ja, den Aufbruch des Heeres sehen, ne? Ein Knappe läuft zu Sir Christian Cole, der ihm entgegenkommt. Das Heer ist marschbereit, heißt es, und Cole hat zwar keine schicke neue Rüstung, er hat immer noch die gleiche, glaube ich, aber er hat jetzt eine andere Frisur. Ah ja, klar. Ne? Krieg sehen willst, musst du halt schon auch dementsprechend fresh aussehen. Er muss fresh aussehen und, äh, ja, ist wahrscheinlich auch seine Haare unter dem Helm oder sowas, ne? Ja, wäre halt blöd, wenn du nix siehst und dann in die Schlacht reitest. Ja, Moment, die haben ja, die haben ja so abgeschlossene Helme, ne? Also vorne ist ja nur so ein, also die haben ja nix mit Visier oder so, aber ja. Ja, äh, also ich denke mal, es könnte auch damit zusammenhängen, dass er jetzt in seinem Amt schon ein bisschen auf was hermachen muss, ne? Ja, klar. Äh, im Burghof steht aber auch Alicent in Begleitung von jemandem, äh, den wir noch nicht gesehen haben und von dem es dann heißt, dass er aus Alsace, äh, angereist ist, erst in der Nacht zuvor. Und das ist Sir Gavin oder Gawain, äh, Hightower, der Bruder von Alicent. Ich dachte, es war der Cousin? Nee, ist der Bruder. Ist der Bruder? Okay. Oh. Ach, stimmt, ja, ja, Schwester, ja, ja. Man merkt, der kann auf den ersten Blick Kristen Cole nicht leiden. Ja. Äh, also zum einen, weil er jetzt die Hand des Königs ist und dadurch natürlich seinen Vater verdrängt hat. Er ist halt auch von bescheidener Herkunft, ne? Und, äh, äh, Gawain ist, ist halt ein Hightower und, äh, ja, Kristen Cole ist für ihn einfach nur ein Aufsteiger. Was er ihm ja auch sagt. Genau, der, der, der macht wirklich keinen Hehl daraus. Also, wie er dem da von wegen so, ach ja, also, äh, nee, ihr, ihr seid jetzt hier, ihr seid die Hand des Königs. Und es ist echt schön. Ich bin drei Monate geritten und dann stelle ich fest, dass mein Vater die Hand von drei Königen zwischendurch entlassen wurde. Und was ich hier vom Schauspiel her richtig gut fand, bei Olivia Cooke, die ja eigentlich nur so verschämt daneben steht. Äh, genau dann, wenn von ihrem Vater die Rede ist, knibbelt Alicent an ihren Nägeln herum. Und das ist ja etwas, was sie, äh, unter, äh, der Fede ihres Vaters in der ersten Staffel sehr, sehr oft gemacht hat. Ist dir nicht aufgefallen? Hm. Nee. Hm. Ja. Ja, sie wollen in die Schlacht ziehen und, äh, äh, Gawain möchte mit Sir Kristen Cole ins Feld, wovon Cole aber überhaupt nicht begeistert ist. Ja, und zwischen den beiden, das wird nicht gut gehen, ne? Nee, glaub ich auch nicht. Und ich denke auch, dass, äh, Sir Gwen genau weiß, was zwischen Alicent und, äh, Mr. Krautsalat abläuft. Meinst du? Äh, Sauerkraut, Entschuldigung. Meinst du? Lord, Lord Sauerkraut. Lord Sauerkraut, weil, nachdem sie ihm, also, nachdem sie Sauerkraut klar macht, der geht mit und sie sich so Richtung Verabschiedung sich bewegen, sagt ja Sauerkraut noch, ach, es wäre doch eigentlich ganz nett, wenn ich von meiner, jetzt, er sagt sie direkt, aber Herzensdame, halt noch was mit in die Schlacht bekomme. Genau. Und sie gibt ihm dann ein Taschentuch, das sie an ihrer Brust getragen hat. Aus ihrem Ausschnitt holt, ja. Genau. Und sie ist auch nicht, sie ist, sie ist, sie ist, sie ist nicht, sie ist nicht begeistert, also das ist so eine Trotzgeste. Genau. Ja. Aber sie hält's nicht zurück, sie gibt's ihm nicht irgendwie im Verborgenen und steckt's ihm irgendwie so zu, dass er's, sondern sie gibt's ihm öffentlich. Ja, das sieht sein Bruder, äh, das sieht sein Bruder wahrscheinlich auch, ne? Ja, 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 genau. Und ich glaub auch, dass klar ist es diese Herkunft und klar auch, dass er Otto, dass der König Otto geschasst hat, aber ich denk halt auch so dieses, was da zwischen den beiden abläuft, glaub ich schon, dass das jemand von außen auch weitergetratscht hat. Ja, durchaus, ja, da, äh, hat ja irgendwie alles Ohren und, äh, Augen, äh, in der Szene. Ich, ich fand, äh, das auch bildsprachlich ziemlich toll, weil erstmal ist es, äh, bezeichnend, also, äh, Kristen macht, also geht dann halt eben, er und, äh, Gawain setzen sich beide fast gleichzeitig die Helme auf und Alicent ist genau dazwischen und blickt aber auf Sir Kristen, äh, und da merkt man auch, ja, wahrscheinlich ist sie dem, in dem Moment dann zwar irgendwo mehr zugetan als ihrem Bruder, aber dann wahrscheinlich eher so aus Trotz, denk ich mal, ne? Also, es war ja von Anfang an jetzt nicht so die liebevolle Beziehung zwischen denen, ne? Also, schon in der ersten Folge, ich meine, äh, nachdem er irgendwie, äh, fertig ist, sie da oral zu befriedigen, steht die einfach auf, zieht sich an und, ach, Sir, ja, ist hier, es wird kühler, der Sommer ist vorbei. Also, sprich, die redet übers Wetter, ja? Das ist so, so peinlich pikiert einfach schon gewesen. Ja, ja, es stimmt schon. Ich, man kann's halt auch immer wirklich schlecht, äh, ja, also, ich kann's da auch wirklich schlecht deuten, was der Meister der flinken Zunge anscheinend nicht gut genug macht. Der Silberzunge, ja. Ja, ja. Okay. Nee, also, es ist wirklich sehr frostig. Ja, bevor wir das aber noch weiter vertiefen, äh, geht's jetzt hier so langsam in die Vollen und ich muss sagen, das war jetzt der Moment, also, wo die hier aufbrechen mit dem Herr, also, die Reiterei und dann durchs Tor und dann auch die Musik von Javadi, äh, ja, so, äh, unheilschwanger anschwillt. Und da hast du gemerkt, es geht jetzt so langsam doch in die Vollen, ne, weil das ist jetzt, also, Kristen Cole reitet jetzt hier aus, das ist die erste richtig aktive Kriegshandlung der Krone. Also, offen, offene Handlung. Ja. Genau. Ist es. Und, äh, ich muss sagen, ich fand diese Szene ziemlich toll, weil, also, wie, wie, wie Javadi das aufbaut, dieses, also, wirklich, du merkst, da ist jetzt so langsam wirklich Dampf und Tension hinter. Ja, und, äh, ganz toll fand ich auch, also, wie, wie, äh, während gezeigt wird, wie die da rausreiten, hat man noch so einen Shot von dem Rattenfänger Käse, der da immer noch hängt und in dessen Auge mittlerweile ein Rabe herumpickt, ne? Tja, so ist es geendet. Auch ein, auch ein, äh, starkes Bild. Übrigens, äh, Funfact dazu, ich hatte ja erwähnt in der zweiten Folge, dass, naja, die toten Rattenfänger mussten ja irgendwie ersetzt werden und, äh, dass dann 100 Katzen in den Roten Bergfried geholt wurden und wenn du überlegst, was macht denn Arya Stark 170 Jahre später? Stimmt. Jagd Katzen. Ja. Also, da kommt das her. Seitdem hatten die dann wahrscheinlich im Roten Bergfried statt Rattenfänger Katzen. Naja, klar, und die vermehren sich ja auch ohne Ende. Das geht dann genau auf dieses Ereignis zurück. Ah, stimmt, 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 stimmt. Ist schon irgendwie cool, ne? Also, wie George R. R. Martin das alles so durchdacht hat. Ja, die Musik klang wirklich so, also, Hans Zimmer lässt grüßen, sag ich mal, und wir haben eine grandiose Totale von King's Landing oder zwei oder drei, äh, wo das her jetzt ausrückt. Also, da dachte ich mir auch echt so, wow, für eine TV-Serie ist das echt beeindruckend. Ja, absolut. Ich hatte eigentlich schon direkt auf eine geile Begegnung gehofft, aber spät. Ja, es ist auch eher noch eine Setup-Folge, ne? Aber in Folge 4 wird's krachen und deshalb wirst du die auch nicht mitbesprechen. Du musst nur die langweiligen, die haben das Same mit alten Männern am Tisch gemacht. Ah, ja, geil, dann, dann, ah, da gibt's Krieg, ne? Dann muss das, Sven, Sven kriegt wieder die Dialog-Folge. Oh, schade. Aber das ist echt, also, das, das war wirklich imposant hier. Also, diese, diese Folge ist optisch richtig, richtig toll. Wir springen, äh, von da aus dann nach Dragonstone, also wirklich den direkten Sprung dahin, äh, wo eine Ratssitzung stattfindet, äh, Raines dann ins Ratszimmer kommt und, äh, sagt, dass sie, also die ist ja bekanntermaßen auf ihrem Drachen Malice unterwegs und, äh, kundschaftet aus, überwacht diese Blockade der Velaryons bei der Gurgel, ne? Also, dem, dem Seeweg nach King's Landing und sie sagt, dass sie dort, ja, äh, aktuell irgendwie nichts wirklich sehen kann. Also, keine Armeen, keine Pferde, keine Schiffe und vor allem keine Drachen, ne? Also, wirklich gar nichts. Es tut sich nichts, es ist irgendwie eine merkwürdige Ruhe fast schon. Und, ähm, dieser Sir Alfred Broome, der ja auch schon sich ordentlich hervorgetan hat in der zweiten Folge, der meint jetzt, ja, komm, also, langsam ist jetzt hier die Zeit der Unschuld vorbei. Wir müssen jetzt die Gunst der Stunde nutzen und dem Feind zuvorkommen. Die Flusslande stehen in Flammen. Also, die haben das auch schon mitgekriegt mit der brennenden Mühle, ne? Da haben die wahrscheinlich auch schon irgendwie Kunde erhalten von verbündeten Häusern in den Flusslanden. Und, ja, was ist denn jetzt hier eigentlich mit Damon, ne? Also, der wollte doch unsere Armee formieren. Wie sieht's denn da aus? Wie ist da der Status Quo? Und Rhaenyra sagt in der ganzen Szene wirklich fast gar nichts am Anfang, ne? Lässt das alles nur so über sich ergehen, kriegt dann irgendwie von ihrem Meester Gerardis gesagt, kein Wort bisher von Damon. Und man merkt, so langsam ist ihr Rad auch, äh, kann sich auch kaum noch bremsen, ne? Ja, im Grunde, es ist fast gespiegelt. Also, vom Rad her ist es genau dasselbe. Die wollen alle Krieg und jetzt zuschlagen und senden die Drachen raus. Wir verbrennen alle, legen alles in Schutt und Asche. Ja, es ist im Endeffekt jetzt wirklich genau dasselbe. Bloß ist sie halt noch wirklich hin und her gerissen. Und das fand ich, hat sie auch wirklich sehr gut dargestellt. Einfach diese innere Zerrissenheit und die Angst davor zu sagen, ja, jetzt schlagen wir los. Weil sie halt, ja, immer noch, immer noch halt wirklich diese Zweifel hat und denkt, das muss auch anders da gehen. Und sie sich, glaube ich, im Unterbewusstsein auch, oder naja, was heißt, ob es nur im Unterbewusstsein ist? Aber ich denke, sie weiß, worauf es hinausläuft und dass das nicht gut endet. Und definitiv, Sir Alfred ist ja wirklich, also da hast du schon recht, das ist wirklich eine genaue Spiegelung zu Sir Kristen an der Stelle. Weil der will zum einen, zum einen will der die Drachen einsetzen. Gut, das hat Sir Kristen jetzt nicht gesagt. Aber der will halt eben, ja, also der meint wirklich, ziehen wir durch die Flusslande. Und jeder, der sich nicht zu uns bekennt, der wird verbrannt. Genauso wie Kristen Cole und auch Damon. Ja, eher Damon, gar nicht mal so Kristen Cole. Dieses von wegen hier, wir holen die Häuser auf unsere Seite und dabei setzen wir dann Drachen als Druckmittel ein, ne? Rhaenyra hat aber insbesondere, was die Drachen angeht, Bedenken, weil sie meint halt, wenn hier Drachen gegen Drachen kämpfen und früher oder später wird es dazu kommen in diesem Krieg, dann besiegeln die eigentlich ihren eigenen Untergang. Also nicht nur, dass sie ihre Drachen verlieren, sondern dass halt auch Haus Targaryen dadurch schwerste Schäden erleiden wird. Und wenn man das dann im weiteren Verlaufe der Historie von Westeros betrachtet, es heißt ja wirklich immer der Tanz der Drachen, den wir hier eben dann sehen werden. Also dieser Bürgerkrieg, der ist der Anfang vom Ende für Haus Targaryen. Also die haben sich da nie wieder wirklich von erholt und sie ist der Meinung, Furcht kann auch eine Waffe sein. Also von wegen, wenn wir nur mit den Drachen irgendwie drohen, aber die nicht wirklich einsetzen. Im Grunde genommen eigentlich fast heute wie wirklich so mit Atomwaffen. Also man hat sie, aber man setzt sie eigentlich nie wirklich ein, sondern irgendwie halt um abzuschrecken oder eben Angst zu säen. Und für sie ist auch ganz wichtig und sie meint, das sehen die Grünen auch so, sie will halt nicht mit Drachen siegen, sie will mit Armeen siegen. Und deshalb meint sie, ja, nee, wir müssen, wir müssen Daemon mehr Zeit geben. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, wenn wir geduldig sind, dann werden das Grüne Tal und der Norden, die ja uns beide Armeen versprochen haben, die werden die entsenden und dann sind wir auf der sicheren Seite. Weil ganz ehrlich, wenn die den Norden auf ihrer Seite haben, dann haben die praktisch schon gewonnen, weil, weiß ich nicht, ob dir das jetzt so geläufig ist, aber der Norden ist größer als alle sieben, als alle anderen Königslande zusammen. Das wusste ich. Also den Norden kann man einfach nicht halten, der ist zu groß, deswegen gab es ja auch eine ganze Zeit lang den König des Nordens. Ja, und ich finde aber auch, du siehst beim Rat, die werten das als Schwäche, ihre doch schon eher, ja, nicht angriffslustige, jetzt wurde es keine pazifistische Haltung, aber dass sie halt wirklich so sagt, okay, gut, nee, halt, wir gucken erst mal, wie weit wir kommen, ohne, halt wirklich die Drachen einzusetzen und den Untergang zu besiegeln, sondern, ja, sie ist da halt einfach wirklich diese Zurückhaltung und das siehst du auch, ja, sie ist sich ja auch so zwischendrin ein bisschen unsicher und, ja, und drückt sich nicht wirklich richtig aus, kommt nicht auf den Punkt, sondern umschifft alle, alle kleinen Argumente, Gegenargumente. Ja. 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 Reagiert er schon wirklich richtig hämisch auf Rhaenyra, ne, also sagt er von wegen, ja, also ihr könnt ja wohl kaum glauben, dass ein Schwert in der Scheide mehr wert ist als ein gezogenes, also wirklich schon so belächelt. Ja. Und dann, ihr, ihr habt es jetzt doch gerade eben erst gesehen, also ihr könnt doch jetzt keine Schwäche zeigen, ihr seid hier in eurer eigenen Halle fast ermordet worden, ihr wart selten so verletzbar und wurdet als schwach wahrgenommen. Und noch ein anderer, dessen Namen ich jetzt aber leider auch nicht parat habe, der, äh, ist dann noch offensiver, der schlägt nämlich vor, ja, euer Gnaden, vielleicht solltet ihr euch verstecken, wir bleiben ja auf Dragonstone zur Ablenkung und führen den Krieg in eurer Abwesenheit. Also von wegen, jetzt, jetzt hier, hört jetzt mal auf, hier, hier Königin zu spielen und lass das mal die Männer machen, ne? Ja, genau. Und das ist dann schon echt ein bisschen dreist, ne? Ich hätte sie köpfen lassen. Und, 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 und das ist für Rhaenyra dann auch zu viel, weil, äh, sie meinte, hier, ihr wollt Krieg führen, äh, in meiner Abwesenheit und es ist Verrat, wenn ihr das tun würdet, ne, weil ihr euch ja dem, dem Befehl oder dem Willen der Königin widersetzt. Und, äh, sie sagt dann, also das ist auch schon wirklich fast eine Drohung von wegen, seid froh, dass ihr das nicht weiter ausgeführt habt, Lord so und so, ne? Dann ist, dann ist die Szene zu Ende, also sie erhebt sich, äh, geht raus, die anderen natürlich auch so irgendwie, ja, Respekt heucheln fast schon irgendwo. Und dann ist es wieder Rhaenys, die hier als Stimme der Vernunft agiert und dann, äh, die gemahnt an, ja, hier, überlegt doch mal, es gab mal König Jaehaerys. Jaehaerys, also halt den Vorgänger von Viserys und der galt als der Schlichter, ne, der war, der war besonnen, der war nicht nur der klügste, sondern auch der längste Targaryen-Herrscher, das muss man hier nochmal sagen. Der ist mit 14 Jahren auf den Thron gekommen und hat 55 Jahre regiert. Der hat länger regiert als jeder andere König und vor allem auch länger als Aegon, der Eroberer. Der hatte bestimmten Sitzkissen. Der hatte bestimmten Sitzkissen. Ja, auf dem Thron hältst du es ja anders dann nicht aus. Ja, ich kann nur immer wieder drauf verweisen, wie der Thron eigentlich aussehen müsste, ne, und dass sich auch etliche Herrscher daran geschnitten haben und so, ne, also. Aber, äh, ich muss dazu sagen, also ich, ich fand es zwar schön, dass hier drauf verwiesen wurde, auf Jaehaerys und hier von wegen, ne, Diplomatie. Äh, ich muss aber sagen, ich fand das ein bisschen forciert hier eingebracht. So vom, 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 vom Dialog von der Schreibe her oder hat, äh, also verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich fand, was, was, was mir über Rain ist, klar war es auch ein Verweis, aber ich hatte eher so das Gefühl, dass das unter anderem auch war, ey, wisst ihr eigentlich, mit wem ihr da gerade so abfällig redet? Ja, das auch, ja, ja. Also dieser, dieser, diese, also die, äh, Rhaenyra stammt ab von zack, 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 hat mir eher so, klar war es auch, Leute, wir müssen gucken, dass wir das irgendwie einigermaßen ohne Riesenverluste über die Bühne kriegen und ohne jetzt hier einen kompletten Krieg auszuschreien, auszurufen. Aber es war halt auch eine Ahnenfolge, die dem Rat aufzeigt, ey, das ist eigentlich, ihr redet mit der Königin, der ihr Treue und Respekt und alles geschworen habt. Und, äh, halt auch, ich, ich hab's auch so ein, ja, auf so einen Verweis gehabt von wegen, sie stammt halt von allem, also, ne, von der Thronfolge ab und ihr seid ihre Untergebenen, Ende. Mhm. Und sie hat auch, finde ich, so diesen, diesen, ja, sie guckt schon relativ, relativ böse. Also, sie macht denen schon mit einem Blick bewusst, ey, wenn, wenn ihr es bei mir gemacht hättet, ich glaube, ich hätte euch fressen lassen. Ja, vor allem spürt sie auch, glaube ich, so diesen unterspelligen Sexismus, weil das ist wirklich so, ach, ja, ja, hier, das ist ja so eine typische Frauenentscheidung und dann gemahnt sie ja daran, ja, hier, Jaehaerys, der ein Mann war auf dem Thron, der hat genauso gehandelt, ne, und der war der erfolgreichste und, und längste Herrscher. Also, jetzt, ne, schaltet mal einen Gang zurück hier von wegen, nur weil sie eine Frau ist, ne? Das, das war auch so, also, so in die Richtung hab ich es tatsächlich mehr gedeutet, muss ich zugeben. Aber, äh, man merkt schon, dass Rhaenys, ja, schon mitkriegt, dass da so langsam es wirklich brodelt in Rhaenyras Rad, ne? Also, man, man sieht halt wirklich auch, wie sich das steigert, nicht nur in der Szene, sondern auch schon in der Folge davor, wo sie halt nur wirklich als Gegenstimme diesen Ser Broom hatte, der schon echt dreist ist, ne? Und jetzt, äh, fangen die anderen aber so langsam auch an. Ja, klar. Das erörtert dann, äh, Rhaenys, äh, in einem Gespräch mit ihrem Gemahl Corlys, also die, ja, wo treffen die sich irgendwie, also, da, da ist ja diese Schiffswerft, wo immer noch Corlys, äh, äh, Flotte repariert wird und es regnet in Strömen, die treffen sich da aber irgendwie unter so einem Steg oder sowas, ne? Ja, ich hab eher gedacht, das sieht aus wie so eine, ja, mittelalterliche kleine Bauhalle, wo man dann halt irgendwie am, am Rumpf oder so arbeiten kann. Auf jeden Fall baut es direkt natürlich auf die Szene vorher auf und wir hören da auch schon am Anfang im Off-Calls sagen, ja, hier, wie ist es denn gelaufen mit den Zauderern von Dragonstone, ne? Auch, auch eher so in die Richtung, ja, worauf wartet ihr da jetzt eigentlich noch, ne? Was, was, was läuft da im Rad? Ich glaub, die hat ihm, ich weiß nicht, er ist ja irgendwie immer noch, äh, äh, läuft ja immer noch am Stock und die hat ihm irgendwie Brot und Brühe oder so mitgebracht, ne? Irgendwas, irgendwas ist da auf jeden Fall, die versorgt ihn damit mit Essen, also Rhaenys sagt dann zu ihm, ja, äh, sie stellt fest, also jetzt die Königin, der Rat ist schon ziemlich eigenwillig und letzten Endes wird sie Corlys brauchen. Und der ist ja nicht mehr krank, der könnte ja auch, äh, durchaus dann auch im Rad sitzen, was ich ehrlich gesagt nach Staffel 1 auch erwartet hatte, weil da ist ja diese wirklich tolle Szene am Ende der ersten Staffel, wo Corlys wirklich über seinen Schatten springt und Rhaenyra, äh, nicht nur, also sich nicht nur zu ihr bekennt, sondern ihr auch seine Flotte zur Verfügung stellt, ne? Ja, aber wahrscheinlich will er es lieber selbst beaufsichtigen, weil als alter Seebär, der nun mal ist und sich damit auskennt, ja, vielleicht auch einfach sagen möchte, okay, gewisse Veränderungen und gewisse kleine Kniffs und sagen, und denen halt genau Instruktionen gibt. Wobei ich denke, dass er, ja, ich bin, wäre mir da gar nicht so sicher, weil bei der Unterhaltung macht ihm, äh, Rhaenys ja auch klar, es ist Krieg. Oh, ja. Und bei ihm hört sich das so ein bisschen noch nach, nach Spiel an. Durchaus. Ja, er will, er will raus mit seiner Flotte, er will, er will auch kämpfen. Er sagt es zwar nicht wirklich so explizit, aber er ist, ich hatte da schon so das Gefühl, äh, der ist da auch schon ein bisschen geil drauf. Und der ist auch sehr, äh, abfällig eigentlich eher, also sie reden ja dann auch darüber hier, dass Reyna eben da ja praktisch ins Exil geschickt wird mit den Kindern. Und er meint dann auch so, ja, ich würde ja lieber 100 Schlachten schlagen, als das zu machen. Dann geht es vor allem auch darum, dass Corlys auch, äh, also Rhaenys muss ihn dann auch wieder so wie in der ersten Staffel so in Richtung irgendwie auch lenken, ne? Also von wegen, er muss ja jetzt hier immer noch einen Erben von Driftmark ernennen und so Gottfried, äh, hat, äh, Corlys aber überhaupt keinen Bezug, also von wegen, der hat ja überhaupt keine Ahnung von der See. Und dann bringt Rhaenys so ins Spiel, ja, könntest du denn nicht Reyna zu Erben von Driftmark ernennen? Und das ist für Corlys halt auch einfach ein Witz, von wegen, ne Frau als, äh, Lord der Gezeiten, ne? Die hier, die, die hat weder Ahnung von Schiffen und schon gar nicht von Drachen. Ja. Und, und er ist dann erst so, ja, von wegen, weiß ich nicht, wir, wir werden das klären, wenn's soweit ist. Und dann ist aber Rhaenys wirklich so, hör mal, uns bleibt hier nicht mehr viel Zeit. Wir sind hier im Krieg und wenn dir was zustößt, dann haben wir ein echtes Problem. Also man merkt, Corlys, ich, ich, ich würde nicht sagen, dass er jetzt, also natürlich, er will schon in den Krieg ziehen auf jeden Fall. Er will auch seinen Mann stehen, aber ihm fehlt halt die Weizsicht. Der ist erst so, also das ist fast so ein bisschen wie bei Robb Stark, von wegen, äh, der macht sich keine Gedanken. Ja, was, was, was kommt eigentlich danach? Bei Robb Stark war wirklich so, ja, ich zieh jetzt in den Krieg und wir entmachten Joffrey, köpfen den und dann, ja, mal gucken, ne? Ja, das stimmt. Äh, also keinerlei Weizsicht. Was sie ihm ja auch sagt. Aber so richtig kommt sie dann doch nicht an ihn ran, also er nimmt das auch nicht so wirklich ernst, verzieht sich dann. Und das fand ich auch ein sehr starkes Bild in diesem Regen. Also wie, wie, wie er halt mitten wirklich im Regen steht und sie sicher unterm Steg. Er begibt sich in die Fluten und sie steht sicher, äh, und, und hat die Kinder zu hüten, so ein bisschen, ne? Ja, genau. Also auch in der Bildsprache. So hab ich es auch interpretiert, ja, ja. Ach, ich muss sagen, also ich mag es sehr, also ich, ich find auch, also auch wenn, wenn, äh, beide so ihre Konflikte haben, die haben einen sehr liebevollen Umgang trotzdem miteinander. Also da kannst du eigentlich genau auch so, in der zweiten Folge hab ich das auch wirklich so als Gegenentwurf zu Rhaenyra und, äh, Daemon gesehen, ne? Also von wegen, ja, ich mein gut, Rhaenys und Corlys sind jetzt, glaub ich, schon echt lange verheiratet auch, ne? Das hört sich bei dir so wie ein Fluch an. Nein, aber ich find die, ich mag die beiden auch unheimlich gern, weil ich auch diese, und das ist wirklich schon eine kurze Szene gewesen. Mhm. Aber schon am Anfang, wie sie auch teilweise so sein Gesicht in ihre, in ihre, also in ihre Hände nimmt. Und er sie auch mit irgendwas füttert, mit einem Stück Brot irgendwie auch. Genau, und das find ich, das ist, das hat was Vertrautes und das kriegen die beiden so dermaßen gut hin, dass sich teilweise auch wirklich bei den Szenen, die sie gemeinsam haben, egal welcher Staffel jetzt, man einfach auch teilweise vergisst, dass es Schauspieler sind, weil das so vertraut wirkt. Mhm. So, ja, so auch die, auch von Herzen, wo du denkst, ach ja, komm, warum, warum nimmst du nicht deinen Drachen und ihr setzt euch auf den Thron? Ja. Wär vielleicht aber auch nicht grad wirklich besser, ist, aber nein, ich mag beide unheimlich gern und ich guck den beiden Darstellern auch wirklich immer gerne zu, das machen die top. Aber auch wenn Corliss als Figur schon so ein bisschen, also ich, also ich mein, der soll ja noch ne, äh, zumindest jetzt nur Animationsserie kriegen, die ja, äh, von ihm handelt, ne, von seinen neuen Reisen und so und das find ich ja auch echt toll. Aber das ist jetzt halt auch schon alles wahrscheinlich eine ordentliche Weile her und mittlerweile ist ja doch ein etwas verbitterter Grießkram geworden, so ein, so ein bisschen, ne? Durch dieses ganze, äh, Adels hin und her und letzten Endes, weiß ich nicht, der, in der ersten Staffel hat er es ja so aussehen lassen von wegen, ja, hier Reynus, ja, du hättest ja eigentlich den Thron kriegen sollen, aber letzten Endes geht es darum, dass halt dann sein Name dort gestanden hätte und so was, ne? Also, ja, der ist nicht ohne, keine Frage. Also, äh, total unsympathisch ist er jetzt nicht, aber der ist doch echt so verstockt in diesem, diesem, äh, Gesellschaftssystem, sag ich mal. Äh, wir bleiben dann aber auf, äh, Dragonstone und, äh, bei der lieben Dame, von der hier gerade noch die Rede war, nämlich Reynor. Die wir ja, ich, ich weiß gar nicht, haben wir, die lernen wir eigentlich, glaub ich, diese Folge erst so wirklich kennen, kann das sein? Ja, das letzte Mal wurde sie nur so ein bisschen angedeutet, da hast du mal gesehen. Ja, aber, ne, das war Baila, das war Baila. Ach, ne, das war Baila, stimmt, stimmt. Mhm. Ne, ich glaub, das ist so tatsächlich die Kennenlern-Folge. Ja, mehr oder weniger. Rhaenyra lässt hier jedenfalls ihre, äh, Drachen abtransportieren und natürlich, das ist das Vorhaben, was sie vorhin in die Wege geleitet hat. Sie, äh, erklärt dann irgendwie auch den Umstehenden da, äh, dass sie im Grunde, also, dass sie zwar keinen Drachen für den Kampf entbehren können, aber, dass da auch noch sehr kleine sind, nämlich Tyraxis und Stormcloud und dass die sehr klein sind und dadurch natürlich angreifbar verletzlich, aber dass die auch noch wachsen werden. Und Rainer, äh, schärft sie dann nochmal ein, dass sie Lady Jane Arryn, zu der sie dann ja jetzt reisen soll, also die, die soll ja mit denen gehen, ne, also hier die, die Kinder sollen ja mit ihr ins grüne Tal geschafft werden. Äh, und dort soll ja, äh, Gottfried zumindest das Mündel von, von Lady Arryn werden. Und Lady Arryn soll an die Dringlichkeit der Lage erinnert werden und an ihr Versprechen, also von wegen, die kriegt jetzt einen Drachen und dafür schickt sie eine Armee. Und dann sehen wir, äh, tatsächlich die beiden Schwestern, Bela und Rainer, die sich voneinander verabschieden. Und da sieht man jetzt schon, die sehen unterschiedlich aus. Auch vom Kostüm her ist das interessant. Die eine trägt nämlich rot und die andere schwarz. Und wenn du jetzt so überlegst, wer ihr Vater ist oder wer generell ihre Eltern waren da, glaub ich schon so, die eine ist mehr so Damon zugetan und die andere mehr so Rhaenyra, ne? Wahrscheinlich. Ja, finde ich. Ich finde auch von den, von dem, wie sie, was sie auch so für Aktionen dann so bringen, finde ich schon, da merkst du schon, wer wem eher mehr, also nacheifert, ja. Ja, ich meine, Bela hat ja auch schon in der zweiten Folge erwähnt, dass sie wirklich, äh, zu ihrem Vater Damon irgendwie echt so fast keinen Draht mehr hat und manchmal echt schon das Gefühl hat, dass sie ihn hasst. Mhm. Und ich glaube, an dem, an dem Punkt ist, äh, Rainer noch, glaub ich, nicht unbedingt. Aber Rainer ist auf jeden Fall, ja, immer noch sehr unzufrieden mit ihrem Los und hat auch das Gefühl, dass ihre Schwester sie eher beschwichtigen will, ne? Also von wegen, ja, hier, du, du bringst das große Opfer und so, ne? Und die so, ja, komm, laber mich nicht voll, Sis. Trotzdem, äh, steht dann Rhaenyra dort und, äh, vertraut dann Rainer diese Dracheneier an und macht ihr dann noch mal klar, hier, du, die Kinder und die Drachen, ihr seid der Hoffnungsträger für Haus Targaryen. Und, äh, da wird Rainer dann, glaub ich, doch so ein bisschen demütig. Muss sagen, irgendwie mag ich die. Ich bin gespannt, wie das noch weitergehen wird mit der. Ach, ich, ähm, ja, ich find's jetzt nicht unsympathisch und, oder nicht uninteressant, aber, ja, mir geht's da genauso. Ich denk, es kommt auf. Ich find, ich find die irgendwie interessanter als die Schwester, weil die irgendwie mehr Konflikte hat. Ich find, Bela, find ich, die hat, die hat mehr Pepp. Und einen Drachen. Ja, gut, und, und die bessere Frisur, ja. Und dann, äh, wird hier nochmal eingefangen tatsächlich, ja, äh, wie Rhaenyra sich von ihren Söhnen verabschiedet und wie schwer ihr das fällt. Also, da sieht man dann auch wirklich mal, wie klein die einfach noch sind. Also, der größte von denen ist ja, glaub ich, dann Gottfried, der sich wirklich so wie so ein Kind an seiner Mutter festklammert. Äh, Jace nimmt ihn dann, glaub ich, weg und umarmt ihn zum Abschied. Und die Schwestern sind dann auch erst so zögerlich, umarmen dann aber doch einander. Und, äh, da sieht man dann auch so direkt den Draht zwischen Bela und Jace, der, der seiner Verlobten dann irgendwie auch so nachblickt, ne, bevor die, bevor die dann weggehen. Also, die beiden Schwestern trennen sich dann ja und dann dementsprechend dann auch die beiden Gruppen. Also, dann eben dieser ganze Tross mit, äh, den Dracheneiern und den Kindern. Fand das auch sehr, also, wie, wie sie denen da alle nachblicken und dann die Kamera so um Rhaenyra herumfährt, das fand ich sehr, sehr toll. Ach Gott, ich rede ständig über die Kamera, ich weiß, aber die ist halt einfach so toll in dieser Folge. Wir, äh, landen dann aber erst mal wieder in King's Landing, wo wir eigentlich auch eine relativ kurze Szene haben zwischen Helena und Alicent. Helena kommt in ihr Gemach. Alicent hat dann, glaub ich, ihre, ihre, äh, also eben Helenas Tochter Jehera auf dem Arm, äh, gibt die dann so einer Magd. Und da sieht man so eine ganz kurze Reaktion von Helena irgendwie, dass die mal so ein, dass die mal so ein Lächeln irgendwie mal auf dem Gesicht hat. Weil die wirkt ja schon irgendwie ziemlich, ich sag mal, trauerweidig, ne? Finde ich überhaupt nicht. Ne, also zuletzt wirkte die trauerweidig, das meine ich. Ja, sie hat eine kurze Gesichtsentgleisung, das stimmt, aber sie erzählt ja dann Alicent, ach Gott, sie ist ja, sie fühlt sich schlecht wegen dem Tod des Kindes, aber das hört sich so an, als ob sie gesagt hätte, eh, pass mal auf, ich hab mein Lieblingsspielzeug irgendwie verlegt, aber vielleicht find ich es später wieder. Das ist wirklich, also, emotionslos, ohne Ende. Ja. Und du hockst wirklich da und ich find auch Alicent, guckt sie wirklich auch so komisch an und sagt dann, ja, es ist normal als Mutter, dass man halt, dass man halt, äh, Trauer empfindet, aber so, ja, aber, aber so wie sie dann, dann den Nachspurt, wo sie sagt, ja gut, ja, also draußen sterben ja auch Kinder. Genau, und von wegen hier, meine, meine Trauer hat ja nicht mehr Gewicht als, als die des gemeinen Volkes, wenn, wenn die ihre, irgendwie ihre Kinder verlieren, ne, vor allem Hochwohlgeborene verlieren ja wohl kaum häufiger die Kinder als, äh, ja, Leute in der Gosse oder so, ne. Hm. Es ist schon ein bisschen seltsam, aber auch der Ort, wo wir hier sind, ist dir das mal aufgefallen, was Helena da so in ihrem Gemach hat? Die hat da, äh, sammelt die Insekten oder sowas? Äh. Das haben sie nämlich, glaube ich, im, im, ich meine, im zweiten, äh, Behind-the-Scenes-Clip, den man, äh, natürlich auch auf YouTube sehen kann, da zeigen sie das nämlich, was das auch für ein relativ aufwendiges Set ist. Auf jeden Fall sammelt die Insekten oder sowas, einen echt merkwürdigen Spleen, aber die ist ja, die ist ja auch einfach ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie erinnert die mich an Luna Lovegood, wenn ich ehrlich bin. Also nicht nur vom Aussehen her, sondern auch so von der Art, irgendwie ist die merkwürdig. Ja, aber die ist, ich finde, ich, also bei, äh, bei Lovegood, Lovegood ist einfach ein verplantes Teen, das auf wahrscheinlich keine Ahnung, wie viel LSD ist, weil das kann man ja anders dann nicht. Und bei, bei Helena ist es, die ist so stoisch, so emotionslos, das ist schon, das ist schon krass, ne? Alicent kommt nicht so wirklich richtig an die ran, das, das ist ja generell, das, also man merkt auch sofort, warum diese Kinder alle irgendwie auch merkwürdig sind, weil Alicent anscheinend echt keine gute Mutter ist. Und das versucht sie hier zwar zu sein, aber wir haben ja auch schon gesehen, wie sie, ja, wie sie umgeht auch mit Helena in der zweiten Folge. Da habe ich dann im Nachhinein auch nochmal echt so den Gedanken gehabt. Eigentlich geht sie jetzt mit ihrer Tochter genauso um, wie früher ihr Vater mit ihr umgegangen ist. Naja, klar, woher soll sie es denn sonst? Du hast ja kein Vorbild, sondern du machst das, was du genau so erfahren hast. Du gibst das, die Erfahrung einfach weiter und, ja, also kein, eigentlich ist es, braucht man sich nicht zu wundern. Nee, nicht wirklich. Also Alicent gibt sich ja zumindest irgendwie Mühe von wegen, ja, hier, Trauer, Mutter sein und du hast ja dasselbe Recht zu trauern wie alle anderen. Alicent sagt dann irgendwie, ja, eigentlich mache ich mir ja schon irgendwie Sorgen um dich, ne? Oder war das jetzt anders? Nee, sie versucht ihr ja schon, also sie bietet sich ja als, als Schulter zum Abstützen oder zum Ausweinen, bietet sie sich ja an und sagt, klar, kannst du trauern, du musst auch trauern. Mhm. Aber was sie ja, das Einzige, was sie drauf erwidert ist, ach übrigens, ich vergebe dir. Ja. Wo Alicent dann, hä? Äh, ja, was? Und dann, das auch wirklich, das ist auch eine stark gespielte Szene, fand ich, wie Helena sich erst von ihr wegdreht, das halt ausspricht, dann Alicent irgendwie nicht weiß, was sie jetzt meint und sich dann Helena so umsieht, so von wegen, Bitch, please, ich weiß es. Ich weiß es, ja. Ich, 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 ich weiß es und Alicent ist dann irgendwie, das fand ich auch interessant, also auch gut gespielt von Olivia Cook wieder, weil die hat zum einen sowas Entgeistertes im Gesicht und zum anderen aber auch eine gewisse Erleichterung. Sie sind jetzt übereingekommen, sie reden nicht mehr darüber, weil Alicent wollte ja in der zweiten Folge, also das, da hast du halt auch wieder gemerkt, dass die gegenüber ihrer, ich meine, das ist ihre Tochter und die sagt zu der irgendwie von wegen, ach ja, schlimm, schlimm, aber wir müssen jetzt irgendwie unsere Pflicht erfüllen und ihr Volkstrauer leisten. Ach ja, übrigens, ja, äh, letzte Nacht hast du mich doch mit dem und dem in Bett erwischt, ne? Also, das, ach, also, das ist ganz merkwürdig. Aber was ich hier bei Helena echt stark finde in der Szene und das siehst du auch daran, die entzieht sich da auch dem Einfluss von Alicent irgendwo, ne? Ja, bloß weiß ich halt auch nicht, ob die das wirklich so ausschlaggebend ist, dass man das irgendwie dann auch als Manipulation oder sie halt einfach manipulieren könnte. Ich hab keine Ahnung. Nee, ich meine nur, dass sich Helena manipulieren lässt, weil du jetzt, sie entzieht sich ihrer, ihrer Anwesenheit, ihrer Aufmerksamkeit, ihrem, ihrem Umkreis. Aber, du, ich glaub, du könntest da auch, selbst wenn du's wolltest, bei ihr gar keinen Profit rausholen. Wahrscheinlich nicht, nee. Aber Alicent will sie halt auch, also, die will ja auf jeden Fall sicherstellen, dass sie das nicht irgendwie jemandem erzählt oder so, was sie da gesehen hat, ne? Wenn, wenn das rauskommt, also, du musst bedenken, Kristen Cole ist jetzt mittlerweile die Hand des Königs. Hm, ja, 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 das hätte, das hätte riesige Konsequenzen. Vielleicht solltest du sie töten. Dann krieg ich, ja, das wär auch blöd, man könnte's. Das hätte für Alicent auch Konsequenzen, weil, äh, die ist zwar die Königin Witwe, aber in dieser Welt ist es, glaube ich, wirklich so, äh, ja, weiß ich nicht. Die Konsequenzen sind für die Frauen auf jeden Fall bei, äh, äh, gebrochener Keuschheit und so eventuell schlimmer als für die Männer. Also, natürlich würde Kristen Cole wahrscheinlich, äh, aber Alicent, ich mein, man merkt ja, die fürchtet ja auch ja so langsam um ihre Stellung und um ihre Macht auch, ne? Weil ihre Söhne nehmen sie nicht so richtig für voll, jedenfalls nicht auf dem offiziellen Wege. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz schöne Überleitung zu der nächsten Szene, äh, von Aegon, der jetzt nämlich so langsam, äh, kriegsfertig gemacht wird. Der, äh, bekommt eine Rüstung angelegt aus valyrischem Stahl und die Ritter, die dort stehen, äh, schleimen die ganze Zeit rum von wegen, ach ja, ihr seht aus wie der Eroberer persönlich. Und Aegon ist eher genervt davon, ne? Findste? Ich finde, der Post, der steht da, guckt als in den Spiegel, nachdem die sagen, ja, klar, natürlich, also, äh, er trägt ja schon den Namen Aegon des Eroberers. Jetzt die Rüstung, ne? Und jetzt noch die Rüstung und dann guckt er so in den Spiegel und, und findet sich, glaube ich, mehr als sexy. Und Post dann so ein klein bisschen, der findet es schon geil. Ja, äh, also, er findet sich schon geil, aber er findet dieses Gelaber, glaube ich, nervig, weil er sagt dann irgendwie von wegen, ja, jetzt wird er endlich mal fertig oder so, ne? Ja, ich glaube eher, dass das, dass das an dem, an dem Rüstungs-Fest-Zurrer oder so liegt. Ich hab, ich hab das eher so interpretiert, dass er da halt eher so mit der Rüstung jetzt mal schneller fertig werden wollt, aber natürlich, das Geschleime lässt er gerne über sich ergehen. Also, so hatte ich zumindest den Eindruck. König Robert hatte ja, ja, obwohl den brustanisch-dehner hatte er ja nicht, den gab's ja nicht. Egal. Auf jeden Fall kommt, äh, Lord Larys, äh, dort rein und will, äh, den König sprechen. Es geht um Gerüchte, die kursieren und Larys schmeichelt dann Aegon eigentlich auf dieselbe Art wie den Rittern und irgendein, also, deshalb meine ich da halt einen Kontrast zu sehen, dass Aegon halt von den Rittern eher genervt war und das bei Larys dann eher so, hm, hm, ne? Und, äh, da wird dann, ja, da wird dann natürlich ausgeführt, ja, hier, er trägt die Rüstung, er trägt den Namen, er trägt die Krone, er trägt, äh, das Schwert des Eroberers, äh, meint dann auch, ja, ich, hier, ich, ich will jetzt zu Sir Christen fliegen auf meinem Drachen und Larys will ihn dann aber im Vertrauen sprechen, also schickt Aegon diese Ritter, die sich auch echt ein bisschen komisch benehmen, raus. Also, das sind ja immer ein Königsgardisten, ne? Und Larys kommt dann sofort auf das zu sprechen, was er hier im Sinn hat, nämlich, dass sich Gerüchte verbreiten in der Stadt. Zum einen, dass Aegon mit Christen und dem Drachen in den Krieg zieht und, weiß ich nicht, ach, der schleimt dann rum, die Weisheit ihrer Gnaden, äh, zieht mit ihm und so'n Scheiß. Und es gibt aber noch ein anderes Gerücht, nämlich, dass Aegon vom Rat überstimmt wurde und dass er in den Krieg ziehen soll, während Alicent mit Aemon zusammen in seiner Abwesenheit dann das Regiment übernimmt. Hm, und das gefällt ihm nicht so sehr. Das gefällt ihm nicht so sehr, das sind ja auch letzten Endes Lügen, die Larys dann vorschlägt, auszumerzen auf seine Art und bevor er gehen will, kommt aber Aegon nochmal auf ihn zurück und meint dann so, ja, hier, mein Vater hatte keine Verwendung für den Meister der Flüsterer, ich habe sie schon. Und Larys, also er tut nicht mal wirklich überrascht, sondern, ach ja, er ehrt mich und, ja, man merkt aber, worauf der hingearbeitet hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, das war schon im Vornherein klar, dass das ein strategischer Move zum Eigennutz war und, ja, ich fand's aber sehr interessant, dass er halt wirklich auch gesagt hat, und da fand ich bei Larys hast du so diese, er hat's jetzt direkt abgefeiert, aber er fand es schon auch sehr, sehr schmeichelhaft, dass der König ihn doch braucht. Ja, definitiv, auch wenn er's natürlich eingefädelt hat, ne? Also, der, äh, der ist wirklich, der ist, also, Der ist eklig. Äh, Varys wurde ja als Eunuch immer die Spinne genannt, aber was ist dann bitte Larys? Also, äh, Weberknecht oder was auch immer, also, der ist einfach schmieriger Schleimbolzen ist das einfach. Ja. Aber der spielt den, also, ähm, man, man kann, wie gesagt, ich hab oft die Kritik gehört, das hatten wir auch schon mal den Gag, äh, äh, Varys plus, plus Littlefinger ergibt Larys, aber, äh, ich find, ich find den Schauspieler gar nicht schlecht, also, der, die Rolle an sich ist so ein bisschen so kurz vor Klischee, aber ich finde, der Darsteller, der, äh, federt das dann doch schon ordentlich ab. Also, allein schon die Art zu sprechen von dem, du dieses, ne? Ja, das, das erinnert mich so ein bisschen, der, der züngelt so ein bisschen, der, der, der ist leise, hat so ein bisschen Schlangen-Vibes, hat auch so ein bisschen Krima-Schlangen-Zunge-Assoziationen, finde ich. Nicht so schleimerisch, aber schon, der weiß, was er will und er weiß auch, wie er es kriegt. Ja, das ist definitiv. Aber Aegon, äh, will ja eigentlich was anderes, denn er will ja in den Krieg ziehen und, äh, es soll ja eigentlich eine Eskorte zur Drachengrube geben, wo er dann Sonnenfeuer, äh, also seinen Drachen besteigt und, äh, ja, jetzt, jetzt ist Aegon irgendwie doch ins Grübeln gekommen. Da hab ich mich auch so ein bisschen gefragt, also, äh, ist, ist das wohl wegen diesen Gerüchten, dass er, dass er jetzt sagt, oh, ich flieg vielleicht doch einen anderen Tag los, dass er diese Gerüchte nicht bestätigen will, meine ich. Ja, ich glaub's auch. Also, ich hatte zwischendrin mal, da hab ich gedacht, naja, vielleicht ist es eher, dass er dann tatsächlich auch mal Schiss kriegt. Mhm. Es könnte ihm vielleicht doch was passieren. Ich glaub, das ist auch ein kleiner Prozentsatz, aber ich glaub wirklich, die Hauptintention ist zu sagen, okay, nee, ich hab Angst, dass ich meine Macht verliere. Ja, definitiv. Ja. Das ist, das geht nicht und deswegen, ja, bieten ihm, ich mein, seine, seine Kindergarten, Kingsguard, bieten ihm ja ein Alternativprogramm ein, äh, an, ja, das er dann auch bereitwillig relativ schnell annimmt. Ja, die wollen nämlich einen draufmachen, weil, äh, einer von denen hat nämlich einen neuen Knappen bekommen und, äh, der muss entjungfert werden. Klar. Und, äh, Aegon sagt dann, ja, aber hier, die Königsgarde, ihr seid doch der Kolschad verpflichtet. Und die so grinsen, lachen sich erstmal einen so weg, so, ja, ja, natürlich, ja, Kolschad, mhm, ja, ja. Und, äh, äh, eigentlich, ich glaube, also da merkst du auch, dass sie ihn als König einfach nicht so wirklich richtig ernst nehmen, weil, er muss das ja eigentlich nur hören in seiner Position, dann könnte er sagen, okay, ihr wart nicht keusch, Kopf ab, ne, oder sonst was. Hier, äh, äh, Sailen, bring me his head, oder was, ne, aber sie sind ja hier an Aegon geraten, der gerne mal saufen und rumruhen geht, ne. Außerdem ist es dann, ja, ist auch die beste, die beste Alternative zum Krieg. Ja, erstmal saufen gehen, ne, sich, sich, sich da schön reden und vielleicht natürlich auch, musst du bedenken, er mischt sich damit ja vielleicht auch so ein bisschen unters Volk, ne, und kann dann da vielleicht auch mal hören, ja, was, was reden die denn da über mich, ne. Also, er geht jetzt wahrscheinlich nicht so strategisch vor, aber das ist halt der Nutzen, den er theoretisch daraus ziehen kann, das meine ich. Hm. Ja, und dann haben wir den, den Übergang, also er betrachtet sich da, glaube ich, erst im Spiegel, das Bild des Eroberers, bla, 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 und dann landen wir, wo wohl, in Flohloch? Nicht direkt im Puff, wie du es ja ausgedrückt hast, sondern eher abends auf den Straßen und, äh, ja, jetzt muss ich leider wieder mit meiner Kameraarbeit kommen. Äh, wir haben hier nämlich eine Plansequenz und die fand ich richtig, richtig toll. Weiß nicht, wie es dir ging. Ja, es ist kurz, aber ich fand auch so dieses Drachenmobile, das dann vor der Kamera hergetragen wird und so diese, diese halbschwebende, aber doch totale, also du siehst alles, wo es hingeht und hat mir gefallen und ist auch absolut atmosphärisch. Du weißt direkt, alles klar, Flohloch. Ja. Ab in den Puff. Richtig. Aber, äh, mir ist da auch was aufgefallen, also erstmal ist es, es ist wirklich, es ist wahnsinnig atmosphärisch und, äh, hier war wirklich eine Stelle, die ich erst so beim zweiten oder dritten Mal gesehen habe. Und zwar diese Drachenfigur am Stock, aus deren Mund fällt ein Geldbeutel, den eine Frau auffängt und dann wiederum an eine weitere, äh, an eine andere weitergibt, die von hinten kommt und der dann die Kamera folgt. Und da dachte ich mir echt so, irgendwie ist das schade, weil ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, aber es war ja tatsächlich wohl mal ein Spin-off geplant am ins Fleebottom. Also, äh, Flohloch, was wirklich dann nur in diesem Viertel gespielt hätte und da dachte ich mir schon, eigentlich hätte das einen gewissen Reiz, das mal so wirklich im Fokus zu sehen, oder? Was da so abgeht. Ich wär dabei. Ich würd mir's angucken. Dir ist das nicht so aufgefallen mit den Geldbeutelungen? Nee, aufgefallen ist es. Nee. Nee. Aber das, äh, fand ich dann auch halt toll an dieser Plansequenz und die hat mich so ein bisschen, die hat mich so ein bisschen an das erinnert, was Matt Reeves in seinem Planet der Affen-Film gemacht hat. Da ist auch so, dass die Kamera mal irgendwie an einer Nebenfigur hängt und sich dann verliert und dann jemand ganz anderen verfolgt. Denn die Kamera folgt erst dieser Frau hier, die dann einem Mann vorbeigeht, der ihr hinterherschaut. Sie geht dann aus dem Bild und die Kamera hängt sich anschließend dann an ihn heran. Also, ne, das ist, das ist genau das, was ich meine. Und das halt wirklich alles in einem Shot. Großartig. Und wie weit das geht, also, ich meine, es geht wirklich komplett in die Schenke rein, wo diesen Typen dann mehrere Leute kennen. Also, der wird dann mit großem Hallo begrüßt, läuft dann da irgendwie rum, äh, scherzt mit welchen. Es ist ein proppenvolles Haus, die Kamera zeigt auch wirklich mal, äh, also, dass das nicht einfach nur eine kleine Kneipe ist, sondern schon relativ große Schenke. Und dann setzt er sich irgendwann zu drei Männern, die er anscheinend auch kennt, mit an den Tisch. Und dann ist, glaube ich, erst der erste Schnitt. Also, diese ganze Sequenz dauert bestimmt 45 Sekunden und das fand ich wirklich handwerklich großartig gemacht. Ja, ist es auch. Ich finde auch, diese, diese Schenke sieht auch wie eine Schenke aus. Ja, total. Es gibt überall Kerzen, die auch teilweise, wo du dir denkst, um Himmels Willen, wenn das Ding runterfällt, dann geht alles in Flammen auf. Ja. Aber, sie hat aber auch sowas, trotz, dass sie so groß dargestellt wird, trotzdem was Uriges und auch was, finde ich, so ein bisschen Gemütliches. Also, ich würde da durchaus meine Drachensuppe mit, keine Ahnung, was ausgepresstem Bärensaft trinken oder so. Also, das fände, ich fand trotzdem, das hat, das hat was Heimisches, was Uriges. Toll gemacht. Schönes, schönes Setting. Es ist schon irgendwo schon eine Spelunke, ne? Also, so ist es nicht. Ja, jo. Und auch dann die, die Typen, die sich hier mit ihm da zusammenrotten. Also, einer von denen bestellt dann irgendwie was bei der Bedienung und als die sich dann umdreht und gehen will, grapscht der, glaube ich, sogar an den Arsch oder so, ne? Mhm. Also, man merkt schon, was das so, ne, für eine Gesellschaft ist. Wir erfahren dann auf jeden Fall, dass unser, äh, Haupttyp, der hier reingegangen ist, den Namen Ulf trägt. Und der, äh, will auch gar nicht erst groß mit denen reden, obwohl er sich zu denen setzt, aber bekommt dann prompt einen spendiert. Und da sitzt noch jemand anderes mit, äh, am Tisch, nämlich einer aus dem Königreich Dorne, also hier, äh, das südlichste der Siebenkönigslande, ne? Also, da, wo hier Haus Martell, äh, Oberen und so weiter herkommen, ne? Also, man, man sieht sofort, der sieht anders aus als die üblichen von denen, ne? Ja. Die sehen ja wirklich alle so, äh, schon ein bisschen schmandig aus. Und der ist, der ist jetzt zwar kein Edelmann, aber der ist schon anders gekleidet einfach als die, ne? Genau, also Ulf, äh, bekommt einen spendiert, der aus Dorne redet dann davon, dass sie selbst dort, also man, man muss ja wissen, Dorne ist ja, äh, das von den Siebenkönigslanden, was die Targaryen nie unterwerfen konnten. Ja, also, also zum einen kennen die Dornischen ihr Land sehr, sehr gut, da ist ja sehr, sehr viel Wüste und, ähm, da haben sich die Targaryen eher schwer getan, aber selbst dort soll man um den Großvater von, äh, von Aegon getrauert haben, also Jaehaerys, den Schlichter, ne? Und, äh, denen fällt dann auch auf, dass Ulf, äh, schon, ja, so vom Aussehen her ein bisschen aus der Art schlägt, also der ist schon, der ist so leicht blond. Und, äh, wie er das dann da auch kommentiert mit, äh, von wegen sein Großvater fällt denen dann auch auf, sag mal, bist du ein Targaryen? Ja, wobei ich finde bei ihm, das kam mir am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, er ist so, er ist so ein bisschen gepose auch, ne? Ja. Also, klar, erstmal, dass ich mir was spendieren muss, so ein bisschen die Zunge lockert und, ähm, wie er dann auch drauf reagiert und ich, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich noch, okay, das ist wahrscheinlich der arme Tropf, der die Gerüchte vielleicht auch verbreitet hat, wo, äh, Larys dem König steckt, aber es kommen ja dann gewisse kleine Wortfetzen raus, wo man denkt, okay, gut, vielleicht steckt doch mehr dahinter. Ja. Weil sie ihn ja auch auslachen, sie sagen ja auch zu ihm, ja, du siehst ja nicht aus wie ein Targaryen. Genau, genau. Was mit deinen Haaren. Ja, und Ulf, Ulf meint das aber ziemlich ernst, er sagt von wegen, ja, hier, ich bin der Sohn von, äh, Baelon, dem, dem Tapferen, also Baelon the Brave, und damit ein Bastardbruder von Daemon und Viserys und gleichzeitig auch der Onkel von Rhaenyra, ne, also eigentlich der andere Onkel dann und er sagt nicht nur einfach Rhaenyra, sondern er sagt Rhaenyra, die einzig wahre Königin und die sind dann, also da, da sind die zwar nicht mehr ganz so belustigt, aber er redet dann auch und, ich weiß nicht, fällt der, fällt der Begriff hier, er redet von Drachensamen, ne? Ja, er sagt's auch. Das ist ja, äh, also das ist ein Begriff, den sollten sich Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen in den Büchern nicht kennen merken, weil das wird sehr, 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 sehr wichtig, aber die nehmen das trotzdem nicht so wirklich ernst, meinen, ja, also, irgendwie siehst du beiden nicht wirklich ähnlich und du hast auch kein silbernes Haar. Ja, und Ulf wirft dann aber so ein, ja, hier, Jace Velaryon sieht auch nicht so aus, der, der Bastard von Rhaenyra, den sie ja mit, mit Harwin Strong hatte, ne, aber bevor das noch weiter ausgeführt werden kann, verstummt auf einmal die Musik und alle stehen schlagartig auf, denn der König ist da und, äh, ja, Aegon tritt ein und Ulf ist der Erste, der, äh, Heilkönig Aegon sagt, bis dann alle anderen einstimmen, ne? Also, so, so kann man das Fähnchen im Winde drehen, ne? Naja, gut, aber ich hab in dem Moment gedacht, weil das wird schlagartig ruhig. Ja. Und gerade nachdem er gesagt hat, ähm, von wem er abstammt, dachte ich noch, um Gottes Willen, der hat es bestimmt gehört. Ja. Aber. Nein. Der König kommt rein, ne, und sie lässt sich kurz feiern und denkt danach und sagt, hey, cool. Alles auf mich. Geht alles auf die Krone. Da ist halt wieder, also das, das ist wieder der Aegon, den wir auch schon bei den Bittstellern erlebt haben, der will so ein bisschen der Crowdpleaser sein, ne? Genau. Also, äh, mit ein bisschen Bier im Bauch, da, äh, sind die Leute gefügiger, ne? Also wirklich so ein bisschen, äh, Zuckerbrot und Peitsche, könnte man sagen. Also, obwohl, obwohl er das jetzt hier, glaube ich, also ich meine, der ist ja selber durchaus, äh, äh, gewissen Gewerbe und, äh, Wein zugetan. Also, ich glaube schon, er meinte es gut in dem Moment. Und es ist dann aber so, dass Aegon und, äh, diese Ritter, äh, und der Knappe, die er da im Schlepptau hat, die setzen sich genau gegenüber von Ulf und seinem Gefolge an den Tisch und treiben eigentlich ihre Späßchen mit dem Knappen. Und Aegon ist da auch sehr albern und, äh, lässt sich gehen, ne? Ja, äh, ja, so ein Kind. Ja. Also, ist immer noch trotzdem, dass er crazy ist und so, also, naja, es geht. Ja. Aber es ist trotzdem halt immer noch ein Kind oder eher, oder, ja, oder angehender Jugendklischer oder so. Also, da merkst du einfach schon, dass er noch Chloe ist. Ja, das, das auf jeden Fall und auch irgendwie. Er will seinen Spaß haben. Dass er, dass er sich auch so direkt unter das Volk begibt und auch noch in so eine Spelunka. Also, das ist schon ein bisschen, eigentlich unvorsichtig. Ich meine, gut, er hat seine Königskale dabei, aber die sind auch eher so laissez-faire, ne? Ja, die sind ja zum Saufen dabei. Genau. Also, eine wirkliche Bewachung hat er eigentlich nicht. Nee. Deswegen ist das, ist vielleicht auch wirklich, also, generell schon mal ein guter Schachzug, das Volk so wieder ein bisschen auf seine Seite zu ziehen. Nee, der König hat hier Bier ausgegeben und so, ist korrekt. Aber es könnte ja auch, ja, ich meine, das kannst du jetzt immer noch weiter ausführen, das ist auch eine Art Rückversicherung. Also, nein, es ist keine optimale Rückversicherung, das ist jetzt Blödsinn. Aber, ähm, ja, ich glaube, dann wäre schon eher jemand, der dann aufsteht und dann dir vielleicht eher hilft, als wenn du halt das Volk wie Dreck behandelst. Ja, nee, das, also, ja, ich meine, er will ja dem Volk eigentlich auch nichts Böses an der Stelle, ne? Das muss man, muss man ja auch belassen. Also, er ist ja kein Joffrey, dabei bleibe ich. Er ist eher eine Mischung aus Joffrey und Tommen, so ein bisschen, ne? Und das schwankt immer mal so wie so ein Pendel hin und her. Ja, wobei Joffrey halt total crazy war. Egal, weiter. Genau, die Nacht ist noch jung, Aegon will was erleben, die Königsgarde erst recht und den Knappen, den sie da am Schlawittchen haben, der soll ja entjungfert werden, also führen sie ihn ins Bordell. Die sind schon alle ordentlich voll und Aegon hat den Knappen irgendwie, äh, unter, also, ähm, unterm Arm und sagt dann irgendwie, ja, als ich als Junge hierher kam, sprich hier, hier habe ich meine Unschuld verloren und ja, äh, der Laden hier ist gut genug, um, ich fand das so geil, als er halt gesagt hat, um das schwer zu ölen. Das ist, das ist, glaube ich, ein Spruch, der kam auch, glaube ich, schon in Verbindung mit ihm raus, äh, in der ersten Staffel, ne, wo die nach ihm gesucht hatten, also, ah, herrlich. Äh, und Aegon weiß aber, wie, äh, dieser Knappe richtig auf seine Kosten kommt, er will ihn nämlich zu einer bestimmten Hure bringen, äh, die hinter dem Vorhang ist, also, ist ja auch, äh, äh, tatsächlich echt toll gefilmt, wie die, wie die da reinkommen, wie die da in, in dieses Bordell kommen. Es ist, es ist auch schon teilweise sehr gewagt, aber dann bricht House of the Dragon wirklich eine Barriere, die nicht mal Game of Thrones, äh, durchbrochen hat. Aegon zieht nämlich bei, äh, der Hure, die er sucht, den Vorhang beiseite und die ist leider gerade mitten, ja, mit einem Kundenzugange, äh, beziehungsweise, äh, die praktiziert onscreen einen Blowjob. Ja, und zwar, man sieht's. Man sieht's, wirklich, also. Und zwar richtig. Ich weiß gar nicht, also, korrigier mich bitte, halt, aus rein filmwissenschaftlichen Gründen weiß ich das, in Softpornos sieht man, glaube ich, keine Geschlechtsteile. Ähm, ne, ich glaub's nicht. Und das hier ist dann dementsprechend eigentlich schon, naja, das ist eigentlich über Softporno-Niveau, ne? Ja. Ja, und ich muss sagen, das find ich auch echt ne Ansage unter dieser Regisseurin hier, also Jita Vaisen Patel, man hört's ja schon raus, äh, das ist ne indischstämmige Regisseurin und dass sie dann ausgerechnet so explizite Nacktheit inszeniert, Chapeau. Joa. Und wenn er den Vorhang zurückschlägt, also sein Bruder splitternackt mit dieser Hure und er kann sich kaum halten vor Lachen. Ja, und denkt, es wär eigentlich mal ne coole Sache, ihn so richtig schön vorzuführen vor meinen Freunden und nennt ihn auch noch Egon, den Wilden. Ja, und geiert sich wirklich am laufenden Band einen ab, außer von wegen, ach, du hast hier so die Riesenauswahl und trotzdem liegst du immer noch bei deiner allerersten. Und die hast du jetzt bestimmt genommen wie ein Hund von hinten und, oh mein Gott, das ist, Egon ist wirklich so, ich, 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 wirklich tunglen Kali, der ist so herrlich albern in dieser Szene, also, auch, also auch wie, wie, wie der betrunken spielt, das wirkt überhaupt nicht aufgesetzt oder so. Also, das ist einfach so richtig schön. Äh, Egon fühlt sich doch sehr ertappt, aber ist dann, also, kleinlaut wird der nicht. Und die, die Hure, die ist, glaube ich, also hier Sylvie, die ist so ein bisschen, die ist so ein bisschen überrumpelt. Und, äh, Egon macht dann aber den Witz, ja, hier, äh, sie ist anscheinend so gut, dass Aemon immer wieder zu ihr zurückgeht und jetzt hat der Knappe leider das Nachsehen, weil sie ist ja anscheinend leider schon besetzt. Und, äh, Egon lässt sich das dann aber nicht bieten, steht auf, komplett, tabula rasa, also wirklich full frontal on screen. Und, äh, da muss ich sagen, Evan Mitchell, Chapeau, wie selbstbewusst der hier agiert. Wobei man da auch wirklich sagen muss, in der Folge davor, was wir hier schon anfangen vom Cast hatten, wo ich auch, mein Gott, es gibt dem was zu essen, jetzt sieht man ihn mal frontal dastehen. Und, ja, ein bisschen arg dürr, meiner Meinung nach, immer noch, aber sehr muskulös. Also, was heißt, also, der ist einfach durchtrainiert. Ja. Jetzt kein mega krasses Sixpack und keine mega dicken Arme, aber der ist einfach ordentlich trainiert und legt hier auch einen so dermaßen coolen Abgang. Ja. Splitterfaser nackt hin. Mega, hab ich gedacht, alles klar, so will ich auch mal gehen. Ja, und, also hier Sylvie, man merkt auch, die will gar nicht, dass er geht, so ein bisschen. Und Eamon will sich dann aber nichts anmerken lassen, sagt dann von wegen, ja, hier, der Knappe kann die Hure haben. Die Huren hier, die, das tut sich nicht zwischen denen, also sprich, die ist nichts Besonderes, der will sich nichts anmerken lassen, ne? Weil die ist ja schon wirklich so eine, also, wenn, wenn selbst Aegon die schon kennt und das seine allererste ist, äh, wahrscheinlich ist der noch nie zu einer anderen gegangen. Und wahrscheinlich hat der eventuell, ich hatte es vielleicht auch ein bisschen überinterpretiert in der letzten Folge, aber es kann sein, dass der eventuell gar keinen Geschlechtsverkehr mit der hat. Sondern, dass die einfach nur so eine, so eine Mutterfigur ist, wo er irgendein, ja, Trost, Nähe, ja, jemanden zum Reden sucht. Ich meine, sowas, sowas gibt es ja auch selbst in unserer Welt in der Sexarbeit, ne? Dass manche Leute dann irgendwie, weiß ich nicht, zu irgendwelchen Prostituierten geben, um dann irgendwie einfach nur zu kuscheln oder jemanden zum Reden zu haben oder so, ne? Und da sehe ich Eamon eigentlich eher. Ja, und da siehst du eben auch, ja, er muss sich da halt was holen, was er von seiner Mutter nie so richtig bekommen hat, ne? Nicht kriegt. Ja. Ja. Sonst hätten sie sie bestimmt schon beim Geschlechtsverkehr gezeigt. Oder zumindestens mal irgendwie beim Ende oder sonst irgendwas. Aber du siehst es nie. Du siehst ihn immer nur zusammengerollt in Embryonalstellungen in einer kleinen, einer Kuhle an ihr liegen. Ich glaube auch, so dieses, also sie war verletzt. Das hast du auch, also finde ich, hast du auch gesehen. Und ich bin mal gespannt, ob mir das nicht irgendwann auf die Füße fällt. Wahrscheinlich schon, ja. Dass sie vielleicht irgendwas weitergibt, einfach um, du hast mich so scheiße behandelt oder das, genau diesen Punkt, da nehme ich dir echt krumm. Wer weiß. Ich weiß es nicht, aber. Ja, das ist so ein bisschen, äh, Shae lässt grüßen, ne? Sag ich mal, ne? Das ist die Becky Killy in Game of Thrones. Ja, ja. Wir haben dann eigentlich auch nur ne, ähm, als nächstes eigentlich nur eine ganz kurze Szene auf Dragonstone, die mit Rhaenyra die Spielzeuge ihrer Kinder hält. Und dabei Tränen im Auge hat und, äh, dann aber, äh, also die, diese Figuren wegpacken will und dann in der Schatulle, in die sie die räumen möchte, Briefe sieht von Alicent. Die ist schon dadurch ins Auge stechen, dass sie halt, also die haben irgendwie ein grünes Siegel, worauf der Turm abgebildet ist. Aber das Siegel ist ungebrochen, das heißt, Rhaenyra hat die Briefe wirklich nie gelesen. Und das tut sie dann jetzt wohl doch, ne? Ja, also, da wird was in Gang gesetzt, was wir dann ja am Ende, äh, der Folge dann, äh, die Konklusion erreicht. Aber es ist wirklich auch nur ne ganz kurze Szene, aber die ist ja trotzdem wichtig. Als nächstes landen wir dann in den Flusslanden, also ich geh mal davon aus, dass es in den Flusslanden ist. Und dort sehen wir diesen, äh, Sir Gavin Hightower, der mit so nem kleinen Gefolge übers, äh, Feld reitet, bis er dann eingeholt wird von Kristen Cole. Äh, und die dann direkt maßregelt, ja, hier, ihr habt euch von der Truppe entfernt. Und, äh, Gavin sagt dann, ja, hier, komm, also da, wo ihr rastet, das ist im Schlamm und Dreck. Und zwei Meilen, äh, weiter ist, äh, irgendwie ne Schenke oder was. Und, äh, da können wir viel besser übernachten, als irgendwie da im Morast. Und da merkt man sofort, Kristen Cole kennt sich hier nicht wirklich aus, ne? Nee, aber ich fand, es ist eher von, von Sir Gavin eher so, ja, auch so wieder dieses ... Wo ich gesagt habe, sag mal, nehmt ihr das nicht, nehmt ihr das nicht ernst? Ja. Ja, also, ja, ach gut, wir gehen jetzt da noch und gehen jetzt in die Schenke und dann gibt's da was ordentliches zu essen. Dann pennen wir dort und reisen am nächsten Tag weiter. Hm, treffen die Armee im Morgenrauen. Genau, das ist halt so ein bisschen, so ein bisschen Schulausflug. Genau, ja. Ja, geht schon, alles klar. Aber, na, du siehst, äh, also, zum einen, er kennt sich da zwar nicht aus, aber die haben eventuell noch nie wirklich im Krieg gekämpft oder so, ne? Ja. Ich mein, so viel älter ist, ich weiß nicht, Gawain, könnten die im selben Alter sein? Ich glaub, Gawain, keine Ahnung. Ich glaub, ich glaub, Gavin ist, ich hätt ihn sogar ein klein bisschen jünger geschätzt. Ja. Obwohl Kristen Cole ja theoretisch eigentlich in der 50 ist, ne? Hat sich gut gehalten, das macht Sauerkraut. Ja, der hat sich extrem gut gehalten, aber, äh, Kristen, äh, löst dann diese, äh, gelassene Stimmung eigentlich eher auf, denn er sieht etwas am Himmel, der sich so ganz kurz leicht verdunkelt, das hab ich auch erst beim zweiten Mal oder so gesehen, und ist plötzlich so in dem Modus, oh, scheiße, wir sind in Gefahr. Ja, und die anderen nehmen das erst nicht so richtig voll, bis sie dann am Himmel einen kleinen schwarzen Punkt sehen, der auf sie zukommt und so langsam kapieren, oh, scheiße, da kommt was aus dem Himmel und das ist wohl kaum ein Flugzeug, äh, in dieser Welt, sondern, ja, wahrscheinlich ein Drache. Und, äh, deswegen preschen sie dann los, wollen so schnell wie möglich unter die Bäume und, äh, wir sehen dann auch tatsächlich, dass es wirklich Bela auf ihrem, äh, Drachen ist, ich glaube Mondtänzerin heißt der, der sieht auch ziemlich toll aus, der ist komplett weiß mit so schwarzen Streifen, ne? Ja, und sie versucht, sagen wir es mal so, den Rittern etwas näher zu kommen, die sich dann aber wirklich grad so in den Wald retten können und sie den Drachen dann wie eine Art Playstation-Controller nach oben reißt, selber in den Wald hinein rauschen. Ja. Fand ich auch mega toll, wirklich auch super gemacht. Ja, toll getrickt auch. Wobei ich mir da gedacht hab, klar, sie, sie hat, äh, die Ansage bekommen, sie darf nichts tun, wobei, also ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte mich für einen kleinen Feuerstoß trotzdem begeistern können. Ja, sie, sie darf ja nicht, ne? Aber ja. Sie hält sich ja. Nein, ich weiß nicht. Und, äh, sie ist ja eigentlich auch und dafür wird sie dann ja auch gleich, äh, durchaus, also nicht direkt gemaßregelt, aber die sollte ja offener gewissen sein. Und, äh, sie müssen Höhe bleiben, ne? Und, äh, aus dieser Höhe hat sie aber, das, das hab ich auch erst so beim zweiten Mal bemerkt, äh, wie sie überhaupt aufmerksam geworden ist auf die Truppe. Nämlich, äh, die sieht, also die sitzt auf ihrem Drachen, sie sieht dann so auf dem Boden im, so ganz von Weitem sieht sie, glaube ich, eine der Rüstungen von den, äh, Männern da blitzen, ne? Und lenkt dann ihren Drachen dorthin. Ja. Äh, und die reiten dann wie wild weg unter die Bäume, ihnen gelingt es dann so gerade eben noch, also das ist wirklich, das ist eine tolle Szene, ist auch sehr, äh, ist auch wieder klasse gefilmt und Bela findet sie dann aber irgendwann nicht mehr. Also die sind, äh, die, die Schar hier ist dann sicher unter den Bäumen erstmal, Bela, äh, muss sich trollen, beziehungsweise Drachen. Äh, Gavin ist dann doch ein bisschen beeindruckt von, äh, Sir Kristen Cole und, äh, sagt dann, hoch, ja, also Cole, hier, ich stehe in eurer Schuld, ne? Und man weiß ja, äh, äh, so Schuld, ne? Das ist, das wird sehr hoch gehalten in dieser Welt und Cole ist dann aber trotzdem, also man merkt, der kann den einfach überhaupt nicht leiden und sagt dann hier ganz knapp, wir bleiben im Wald, äh, hier im Schutz, äh, der, der Dunkelheit und der Bäume und keine fucking Tavernen oder Schenken werden besucht. Ja, ich glaube, jetzt haben sie es auch verstanden. Ja, damit setzt er sich dann durch. Also, ja, das muss ich sagen, also, ach, Kristen Cole ist, ist, hm, naja. Ich, ich bin gespannt, also, äh, ich glaube, sonderlich viele Fans wird er durch die Folge hier trotzdem nicht kriegen. Wir landen, äh, dann da, wo, äh, Bela hinfliegt, nämlich nach Dragonstone, wo sie dann auch direkt Bericht erstattet über diese Sichtung und dann natürlich auch die Vorahnung hat, also, äh, diese kleine Schar, das wird, die werden ja wohl nicht da umsonst rumgelungert haben. Sondern es ist wahrscheinlich die Vorhut einer Armee, ne? Und einer, äh, der Untergebenen im Rat von Rhaenyra berichtet dann auch von einem großen Heer, einem, einem noch größeren Heer, wahrscheinlich, was nach Nordosten marschiert aktuell. Also, das haben sie wohl auch gesichtet, Richtung Roseby. Und Rhaenyra ist dann aber ein bisschen skeptisch, äh, hier, bist du sicher, dass es Kristen Cole war aus großer Höhe? Kannst du das doch gar nicht gesehen haben, Bela? Ja, und, äh, ja, Bela gibt dann auch eher so, naja, es war halt keine große Höhe, aber ich hab, ich hab nicht angegriffen, ne? Das ist ja, ist ja auch nicht gelogen. Ja, das hat sie recht. Sie ist nur versichert. Sie hätte zumindest ein paar Bäume abfackeln können, ne? Nee, aber sie hat ja geguckt. Sie ist ein bisschen näher rangeflogen und hat nur geguckt, ob es wirklich ist. Und der Rat will ja dann daraufhin auch wieder sofort, dass losgeschlagen wird, weil das geht ja nicht. Und, äh, der Feind hat Vorsprung und es ist kurz vor zwölf und wir müssen jetzt endlich mal was abfackeln. Am besten Menschen. Ja, wir, wir müssen handeln auf jeden Fall und die wollen nach, äh, wie heißt der Ort? Ich glaub, Rooksrest, also Krähenruhe heißt es, glaub ich, im Deutschen, äh, wollen sie, äh, sie wollen dorthin und es befestigen. Und sie gehen davon aus, dass das Ziel dieses Heers oder dieser Vorhut oder was auch immer sehr wahrscheinlich harenhall ist und das Dämen da auf der Hut sein sollte. Und eventuell könnte es ja sogar sein, dass, äh, Kristen Cole vielleicht sogar noch einen Drachen in der Hinterhand hat, ne? Das wissen sie ja nicht. So langsam ist jetzt die Zeit der Unschuld wirklich vorbei. Rhaenyra sagt aber trotzdem gar nichts dazu und schaut nur Rhaenys an, muss dann aber irgendwann doch so, ja, also wirklich so, die, die gucken alle so gespannt von wegen, Jo, Grace, was ist denn jetzt? Und sie dann so, ja, ich hab mir jetzt alle Argumente angehört und ich werd sie berücksichtigen, aber ich ziehe mich jetzt erst mal zurück. Das war wirklich so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, so, so läuft wahrscheinlich eine Vorstandskonferenz bei VW ab oder so, ne? Aber kein Kriegsrat. Nee. Und da merkt man auch wieder, Rhaenyra ist noch auch unerfahren, ne? Ähnlich eigentlich dann wie ihr Bruder Aegon, ne? Ihr halb Bruder Aegon. Ja, oder sie will einfach kein, kein, erst mal keine offene Konfrontation, weiß nicht, was sie machen soll und hofft auf weisen und guten Rat. Und der aber nicht, ja, die ist halt auch irgendwie, äh, weißt du, was halt auch wahrscheinlich das Ding ist? Daemon hat sowas hier immer geführt und der ist nicht mehr da, ne? Der könnte ihr, ja gut, früher hätte er ihr wahrscheinlich auch den Rücken gestärkt oder sie entlastet, aber jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr, ne? Und die einzige Verbündeteam, die sie noch so wirklich hat, ist Rhaenys. Rhaenys, ja. Und deshalb hält sie sich auch so an der fest in der Szene. Wir erfahren dann, äh, was Sache ist auf Harenhall mit Damon, äh, und der muss sich, glaube ich, keine Sorgen machen, außer vielleicht, dass sein, äh, dass er immer ein Wasserbett hat. Denn, äh, in seinem Gemach tropft es von der Decke, wie bescheuert. Äh, und er hat auch vorsorglich, also da merkst du auch, dass der dem ganzen Braten da immer noch nicht so wirklich traut. Äh, der hat nämlich sein Gemach, ich glaube, der hat's irgendwie mit Schwertern verbarrikadiert oder was, ne? Ja, damit sie nicht auf, äh, die Tür aufmachen können. Genau, aber dann sieht er eben, äh, also er ist ja erst dann noch wach und dann sieht er, wie von außen jemand an die Zimmertür herantritt und dann aber feststellen muss, dass sie verbarrikadiert ist, also sprich, da versucht irgendjemand zu ihm reinzukommen. Er ist natürlich sofort alarmiert, schnappt sich sein Schwert, öffnet die Tür, äh, weiß dann aber nicht so wirklich, was los ist, hört aber von Weitem eine Frauenstimme singen. Und der folgt er dann zu, äh, also wo, wo dann Licht ist und ein Kamin und sobald er das Zimmer betritt, verstummt diese Stimme, die eigentlich singen tut die, glaube ich, nicht wirklich, eher so summen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wen hast du hier erwartet? Ich, ich wusste nicht, ich hab in dem Moment tatsächlich keine großen Erwartungen gehabt, aber was dann kam, darauf war ich irgendwie auch nicht gefasst. Also es war wirklich so, ich hab, hab mir da keine, ich hab jetzt nicht gedacht, oh Gott, jetzt, jetzt sitzt auf einmal Visere ist wieder da und sagt, übrigens, es war alles nur ein Spaß, ich bin am Leben und mir geht's gut. Genau. Und du gehst jetzt zu deiner Bronzeschlampe ins grüne Tal, ach nee, die lebt nicht mehr. Ähm. Richtig. Aber nein, er kommt näher. Ja. Und es sitzt Rhaenyra da. Ja, die Junge, die Junge, Millie Alcock. Die sagt, ich räume hinter uns auf. Ja. Und einem geköpften Kind wieder den Kopf annäht. Ja, und zwar Jaehaerys. Genau. Mit Nadel und Faden, seelenruhig. Bäh. Während sie da irgendwie, ich glaub, erst singt sie auf Allyrisch und dann redet sie mit ihm und, ja, er ist dann doch etwas erschüttert davon, ne? Und wir wissen, Daemon Targaryen ist nicht so schnell von irgendwas, äh, schockiert oder was auch immer. Ja. Und, äh, schließt dann seine Augen, sein Schwert fällt zu Boden, es kippt einen kurzen Wechsel und er ist auf einmal im Götterhain auf Harenhall an einem Wehrholzbaum und hinter ihm steht auf einmal dieser Alice Rivers, die wir ja schon am Anfang gesehen haben. Wirklich als so ein böses Omen förmlich orakelt sie ihm dann, dass er hier an diesem Ort sterben wird. Und bevor er überhaupt noch wirklich peilt, was das überhaupt alles zu bedeuten hat, ist sie auch schon weg. Ja, ich muss sagen, ich hatte ehrlich gesagt eher mit dieser Alice Rivers, äh, gerechnet da schon am Kamin, war aber echt ne komische Szene irgendwie, ne? Hatte, hatte tatsächlich auch so leichte Horror-Vibes. Ja, ja. Also diese Annähe-Szene, die war schon, die war bitter, die war wirklich, man sieht nicht viel, also du, ja, sie spritzt jetzt kein Blut oder sonst irgendwas. Sie näht den Kopf an wie ein Kleidungsstück, wirklich. Ja, und du hörst dieses Geräusch und dieser Faden und sie sitzt so da und ach ja, ich räum hinter uns auf und mach ein bisschen sauber und du sitzt da und denkst, um Gottes Willen. Und ja, ich glaub, es hat, also, sein Ausdruck war halt auch wirklich, äh, das, das war schon ein bisschen viel für ihn. Ja, der weiß irgendwie da echt nicht so, wie ihm geschieht und das wird sich ja auch noch weiter fortsetzen, das kann ich schon mal anteasern. Aber, äh, auf jeden Fall sagt diese Szene aus, dass, ja, vielleicht das mit Jaehaerys, das lastet ihm vielleicht doch schwerer auf dem Gemüt, als er sich das selber eingestehen will, ne? Ja. Äh, fand ich also auch Matt Smith echt gut in der Szene, muss ich sagen. Eigentlich nur relativ kurze Szene, aber wichtig für Daemon. Wir werden sehen, wo das noch weitergeht. Wir wechseln jetzt aber rüber, äh, zu Rhaenyra auf Dragonstone, die durch einen Gang geht, äh, in der Verfolgerperspektive. Sie kommt die Treppe runter und kriegt dort mit, wie ihre Zofe, äh, Elinda, die wir ja in der zweiten Folge da gesehen haben, sich mit Mysaria unterhält. Äh, äh, Rhaenyra schickt sie, also Elinda dann aber weg und fragt sie dann, also es ist ja, Mysaria ist ja fast schon, also nicht offiziell, aber sie ist ja fast schon ihr, ihre Meisterin der Flüsterer. Und weiß ja auch schon von ihr, dass die, also dass Mysaria Bescheid weiß, so über Gang und Gäbe und, äh, Tagesroutine im Roten Bergfried. Und fragt sie dann direkt frei heraus, ja, was sind denn Alicens Gewohnheiten? Und, äh, Mysaria fragt sie dann wirklich so, also der Wechsel, die war mal ne Zuhälterin von wegen, ja, was soll's denn sein? Wollt ihr sie als Geisel nehmen oder doch direkt umbringen, ne? Fand ich auch sehr, sehr forsch und da wird nett hinterm Berg gehalten und das noch irgendwie beschönigt, sondern, äh, als entweder oder kann ich beides liefern. Man darf nicht vergessen, die ist nicht nur ne Zuhälterin gewesen, sondern halt auch so ne Art, ja, Unterweltboss eigentlich fast schon oder Girlboss, was auch immer. Äh, und, äh, die hat ja Damon auch zwei Namen gegeben von Leuten, die bereit wären, Auftragsmord zu begehen, ne? Ja, das darf man auch nie vergessen. Äh, aber Rhaenyra hat gar nicht sowas im Sinn, sondern will eigentlich nur mit Alicent sprechen und ist auch der Meinung, dass es ihre Pflicht ist, das zu tun, wenn Krieg vermeidbar ist. Also auch ihre Pflicht als Königin, denn sie hat den Brief gelesen und, äh, auch, ja, Alicents Reue durchaus vernommen, was so die ganze Nummer angeht. Also von wegen ist nicht so toll gelaufen und wollen wir nicht nochmal drüber reden und was weiß ich. Äh, und Mysaria bietet ihr dann an, ich kann ihr ja irgendwie eine Nachricht von euch zukommen lassen, aber Rhaenyra meint ja, also entweder würde Alicent das ablehnen oder noch schlimmer, sie würde es als Hinterlist vermuten. Kann man ja auch irgendwo nachvollziehen, ne, in Hinblick auf das, was zuletzt so gelaufen ist, ne? Äh, und Mysaria berichtet ihr dann, ja, also Alicent ist halt die Königin Witwe, die steht ständig unter Beobachtung, aber Rhaenyra hätte die Möglichkeit, über Fischerboote in die Stadt zu gelangen. Und meint dann auch, ja, Frauen sind uninteressant, die jetzt nicht nach Adelige oder nach Hure aussehen und es gibt einen Ort außerhalb der Mauern der Roten Feste, äh, also des Roten Bergfrieds, äh, also an dem Rhaenyra an Alicent tatsächlich herankommen könnte. Genau, die Septe. Genau, und das ist, muss ich jetzt sagen, das ist, Buchfans können mich gerne korrigieren, aber das ist tatsächlich ja eine Erfindung der Serie, diese ganze Nummer, die jetzt kommt mit, äh, Rhaenyra, die, äh, mit einem Seegeboot nach King's Landing übersetzt, was auch eine unglaublich schicke Totale ist, äh, aber man sieht, die sind da, äh, das sind halt Kriegszeiten und deshalb stehen da einige Wachen am Tor, die sie dann durchsuchen. Rhaenyra, äh, kommt da aber relativ dran vorbei und sie ist eben verkleidet als eine Septa, ne, also praktisch als eine Nonne, wenn man so will und ich hätte sie von Weitem ehrlich gesagt nicht erkannt. Nee, ich auch nicht. Also, das ist schon, ist schon wirkungsvoll und man merkt, das klappt ja auch, ne, also sie kommt da schon rein, obwohl sie irgendwie begleitet wird von jemandem, der, äh, irgendwie eine Kapuze trägt und man merkt auch schon, das ist hier, also hier mit dem Fischerboote, Das ist sehr, sehr wahrscheinlich der Weg, auf dem auch Dämen dahin gekommen ist in Folge 1, ne? Ja. Beide, also Rhaenyra und ihr Begleiter, äh, bahnen sich dann einen Weg durch das Getümmel und das ist auch schon ziemlich ordentlich, weil man merkt, da herrscht halt doch so langsam, jetzt nicht Ausnahmezustand, aber wir haben ja schon gehört in Folge 2, dass die Vorräte knapp werden und das generell Krieg heraufzieht, ne? Und das geht ja auch am Gemeinvolk nicht vorbei und Rhaenyra weiß dann, ich weiß nicht, hattest du den Eindruck, dass sie, also ich meine, die kennt sich ja schon in der Stadt aus, aber die war dann, glaube ich, doch so ein bisschen überfordert, ne? Ach, ja, ich glaube eher, dass sie Schiss gehabt hat, dass sie irgendwie doch vielleicht noch am Ende irgendwie erkannt wird, obwohl sie jetzt schon so weit gekommen ist. Mhm. Und sie gehen ja, sie schließt sich ja dann so einer kleinen Gruppe an von, von Nonnen. Ja. Und begibt sich hinein in die Septe und da, also man sieht sie dann immer, man sieht ja dann Alicent, aber da war es doch schon so, das war nach dieser Szene, wo ich auch noch so zwischendrin gedacht habe, naja, was passiert? Hm, wenn sie sie jetzt doch entdecken, wird's interessant. Ja, also ich meine, so, das war wirklich auch spannend gemacht, spannend gelöst und sie hat ja auch jemanden vorne dran sitzen gehabt, der mit einem Messer aufgepasst hat und auch bereit gewesen wäre, sie natürlich zu verteidigen und war eine kurze Sequenz, die aber auch wirklich spannend war und ja, ich meine, du weißt, klar, natürlich wird sie jetzt nicht sofort entdeckt und getötet, dann wär's ja schon vorbei, aber ja, man bangt doch trotzdem, also man bangt mit, mit den Charakteren weiterhin und denkt, ah, um Gottes Willen und das ist wirklich auch schön gemacht und auch ein tolles Setting und auch wenn sie da reinkommen, alles mit den Kerzen, mit der Ruhe. Und auch alles, also das draußen, was du jetzt meintest, also wo Alicent da über den Platz geht und Rhaenyra dann hinter hierher, auch mit den Septas, das ist auch wieder aus einer Vogelperspektive alles gefilmt teilweise, ne? Also auch wirklich wie so eine, ja, wirklich eine Szeneanordnung und dann in der Septa auch von oben dieser Feuerkreis, den wir ja schon auch aus der ersten Staffel kennen und auch aus der ersten Folge, wo Alicent da gebetet hat und Kerzen angezündet hat, auch so von oben gefilmt, ähnlich wie die Tafel in Harrenhall, ne? Ja. Also die, äh, nähert sich Alicent ja erst so an und Alicent ist ja auch ins, ins Gebet imifativ, zündet da Kerzen an. Rhaenyra tut dann erst so, als würde sie an ihr vorbeigehen, stellt sich dann aber doch direkt neben sie, zündet ne Kerze an. Alicent bemerkt sie dann, schließt wieder die Augen und Rhaenyra kniet daneben ihr nieder und zieht ein Messer und Alicent, Messer hat sie gar nicht gesehen, sondern sie denkt einfach hier von wegen, hier, Septa, bla bla bla, könntet ihr mal woanders hingehen, ich will ja alleine sein, ne? Ja, das ist erst so diese Haltung und dann erkennt sie aber Rhaenyra und ist doch dann ziemlich erschrocken, ne? Ja, und das Messer ist dann praktisch nochmal als kleine Absicherung, aber da fand ich es auch mega, gerade so diese, diese Unterhaltung, wo sie dann, sie ist ihr ausgeliefert. Also ich meine, klar, natürlich sagt sie, du, was machst du, wenn ich schreie? Und dann sagt sie, ja, dann finden mich deine Wachen und werden mich töten, aber du wirst vorher sterben. Da hast du wirklich so, da gewinnt ja keiner. Richtig. Und das will ja auch keiner, aber es ist auch natürlich gleichzeitig auch eine kleine Offenlegung ihrer, ihrer Schwäche und die, die Idee, die beiden da zusammenzubringen und diese Diskussion oder, nein, das ist eigentlich keine Diskussion, weil es ist eine Unterhaltung, also, naja, klar, Diskussion, aber es ist eine Unterhaltung auf Augenhöhe. Die sprechen sich aus, stell dich ein ist das einfach. Genau, genau. Ein unfreiwilliges. Genau, wo jeder seinen Standpunkt klar macht und ich finde auch, Alicent kommt bei dieser Unterhaltung schlechter weg. Ja, definitiv. Rhaenyra versucht ja wirklich die Wogen zu glätten und zu sagen, hör zu, wir müssen gucken, dass wir das irgendwie ohne Krieg über die Bühne kriegen, weil Drachen gegen Drachen, Untergang und es gewinnt keiner. Und sie ja auch die Vernünftigere, finde ich, von beiden ist, was sich dann, also ich finde nicht, dass es sich ändert, aber ab wo der Ton tatsächlich schärfer wird, ist, wenn sie sich halt über die Tonfolge unterhalten, worum es ja eigentlich auch geht. Ja. Da wirklich fand ich so dieses, bei Alicent, ja, natürlich schützt sie ihre Familie und natürlich will sie ihre Söhne schützen und alles drum, kann ich alles verstehen, aber da fand ich sie eher auf der Verliererseite, weil Rhaenyra eher versucht hat, versöhnliche Töne anzustreben und zu sagen, hör zu, wir müssen gucken. Und die, die sich eigentlich querstellt, ist Alicent. Man merkt auch, Rhaenyra versucht auch wirklich an ihre Vernunft zu appellieren, so auch selbst zurück in ihre Jugend, von wegen hier, bei dem Turnier, was wir da damals gesehen haben, da hast du das doch selber gehört. Männer wollen Ruhm und Blut und wir wollen das aber doch nicht, du willst das nicht, ich will das nicht, sagt sie ihr ganz offen. Ja, Rhaenys hat mich angehalten zu diesem Gespräch, weil sie das Gefühl hatte damals, dass du auch einen Krieg verhindern willst. Ja. Und Alicent versteht das dann aber überhaupt nicht irgendwie als entgegenkommen oder von wegen an die Vernunft appellieren, sondern, Rhaenyra, willst du dich jetzt hier ergeben? Ja. Also sie versteht das irgendwie nicht so richtig und dann kommt auch durch, dass Rhaenyra ganz genau weiß, was hier mit dem Drachen los ist oder dass sie es vermutet, also dass dieser hier Seasmoke, der Drache von Laenor, der ja jetzt reiterlos ist, warum der so unruhig ist, von wegen, meine Drachen sind unruhig, sie wittern Krieg. Ja, richtig. Und sie will eine Übereinkunft und Alicent verschließt sich dann dem Ganzen, aber am Anfang werfen sie sich ja auch wirklich gegenseitig vor. Also hier mit Aegons Sohn und vorher mit Lucerys, das schaukelt sich aneinander auf und Alicent sieht aber keine Möglichkeit für eine Einigung und meint hier, Rhaenyra, du hast keine Armee. Hey, deine Verbündeten sind abgestoßen wegen dieser widerlichen Tat, die ihr da begangen habt mit, mit, äh, mit, ähm, Jaehaerys. Und, äh, Rhaenyra ist dann auch sehr in der Defensive, muss dann aber auch so an sie appellieren, hör mal, ich bin selber Mutter und hab einen Sohn verloren, du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich sowas befehlen würde. Was ich interessant fand, dass beide dann sogar, als dann so eine Septa kurz dazu kommt, beide sich gleichermaßen nichts anmerken lassen wollen. Also ich meine, Alicent hätte ja zumindest irgendwie so verdeckte, äh, Signale oder so geben können, dass sie ja eigentlich gerade bedroht wird, ne? Ja, aber ich denke, die Konsequenz wäre wirklich halt gewesen, dass Rhaenyra sie gekillt hätte. Ja, obwohl, ob sie das wirklich getan hätte. Ja, ja, ich weiß halt auch nicht, inwieweit, ich meine, man sieht ja durch diese Unterhaltung auch, wie sehr jetzt gerade, ja, doch schon auch beide Seiten, also klar ist Rhaenyra in dem Moment die Vernünftigere und ich fand auch, ja, es ist schwer. Also auch Alicent will ja irgendwie keinen Krieg, aber wenn es halt natürlich um die Familie geht, um Ruhm und Ehre und den Thron und da stellt sie sich schon ziemlich zickig an. Ja. Also stur. Und klar, natürlich verteidigt sie ihre Familie und der Thron wird ja dann nochmal schärfer, als sie sich ja drüber unterhalten, was Viserys ja am Schluss gesagt hat. Oh ja, ja, ja. Wo Alicent ja da sitzt und sagt, ja, man konnte es nicht mehr so ganz verstehen, er war auch sehr verwirrt und als sie dann sagt, er hat Aegon, der Oberer gesagt, Aegon, hat ihn mehrfach erwähnt und Rhaenyra dann sagt, ja, hat er von mir überhaupt nicht gesprochen, ja, nein. Mhm. War ich mir auch nicht ganz sicher teilweise, ob Alicent nicht mittlerweile weiß, dass Aegon eigentlich nicht auf den Thron soll. Ja, oder dass, also dass er auf jeden Fall nicht gemeint war. Sie sagt ja wirklich mehrere Male, Viserys hat sich umentschieden. Ja. Ja, Rhaenyra sagt ihm dann, hör mal, bevor du beim König warst, war ich auch bei ihm und er hat dort meinen Thronanspruch nochmal bestätigt. Auch, ja. Und das hat er getan, seit meine Mutter gestorben ist. Ich hatte der Eindruck, dass Alicent denkt, dass Viserys Worte, ich meine, es sind immer die Worte des verstorbenen Königs, dass die sie förmlich beschützen, dass das, dass das so ein Schutzschild ist, den sie vor sich halten kann und ich meine, es hat ja, es hat ja keiner mitgekriegt, was er wirklich gesagt hat und was ich dann auch sehr bemerkenswert fand, dass Alicent sagt, ihr von wegen, ich war gemein, aber ich habe nie gelogen und ich schwöre es dir beim Andenken meiner toten Mutter. Das war eine genaue Spiegelung gegenüber Rhaenyra, als sie die angelogen hat in der vierten Folge im Götterhain, ne, von wegen, oh, da ist nichts gelaufen mit Daemon, ne, das hat sie auch in der Formulierung gesagt. Dann gibt es eine ganz lange Pause zwischen denen und dann kommt Alicent halt raus mit, ja, ich habe ihn am Ende kaum noch verstanden, aber er sprach der Aegons Namen aus und das trifft dann auch Rhaenyra. Also die hat schon so Tränen in den Augen, fühlt sich irgendwie dann doch fast ein bisschen verraten von ihrem Vater und dann rutscht es aber Alicent raus, Aegon sei der Prinz, der versprochen war, um das Reich zu einen und Alicent hängt dann so noch so dran, Ja, also jetzt hier, ich wünsche mir ja auch Frieden und dann Rhaenyra wird plötzlich hellhörig, er hat vor dir von dem Lied von Eis und Feuer gesprochen und von Aegon, dem Eroberer. Und Alicent weiß dann aber nicht wirklich, was gemeint ist und weigert sich dann auch an eine Verwechslung zu glauben und man merkt also, die redet sich, das ist so tief in der verwurzelt, dass sie mit ihrem Standpunkt richtig ist und dann führt ihr Rhaenyra das vor Augen. Hör mal, hast du, bist du dir eigentlich bewusst, was du hier gerade tust? Du hast es hier komplett, du hast gerade alle Trümpfe in der Hand, diesen gesamten blutigen Krieg zu verhindern. Nicht nur zwischen uns, sondern das ganze Reich wird bluten. Du nimmst tausende, tausende Tote in Kauf dafür, dass du dir eingestehen müsstest, dass du dich geirrt hast. Einig, also du hast schon recht, Alicent kommt aus der Nummer nicht gut raus, aber trotzdem ist sie immer noch menschlich, finde ich. Also man kann sie irgendwo auch verstehen. Ja, das auf jeden Fall. Und sie verpfeift sie ja nicht. Also im Endeffekt hätte sie ja wirklich in dem Moment, ja, das hätte natürlich auch keinen Krieg verhindert. Ob es das schlimmer macht, wie gesagt, ich weiß nicht, was noch kommt. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, es hätte auch an der ganzen Situation nicht wirklich viel geändert, wenn sie jetzt Rhaenyra als Geisel genommen hätte. Weiß ich nicht. Oder sie getötet hätte. Ich glaube, da wäre trotzdem der Krieg ausgebrochen. Ja, eben. Ja, aber ich hatte schon so zwischendrin als mal das Gefühl, dass sie schon nicht mehr ganz so sicher ist, was sie am Schluss da mit ihrem letzten Satz von wegen, jetzt ist es eh egal. Es ist zu spät. Ja, auch wieder abschmettert. Genau, es ist zu spät. Und das ist ja eigentlich Quatsch. Ja, sagen wir so. Ja, gut, da kommt ja schon durch, dass Alicent auch irgendwie ihre Macht spinden sieht. Also von wegen hier, mein Vater ist nicht mehr die Hand. Und Kristen Cole marschiert mit unserer Armee und Aemond, der will nur noch Blut. Also ich hab, also man merkt natürlich, die hat, die spürt ihre Macht spinden und auch ihre Kontrolle. Weil keiner von denen, äh, ich meine, das werden ja alles Anlaufstellen und natürlich der König. Aber so wirklich hört keiner mehr auf sie. Und das ist für sie auch eben so der Point of No Return. Also von wegen, es ist jetzt zu spät. Aber ich dachte mir wirklich so, meine Güte Mädchen, was nimmst du da in Kauf? Hast du, also das ist auch so die Frage, hat die, hat, versteht sie eigentlich die Tragweite dieser Entscheidung an der Stelle? Mh-mh. Glaub ich nicht. Weil die halt auch stur ist, ne? Die redet sich krampfig ein, ich steh auf diesem Standpunkt. Und da rückt sie auch nicht von ab, obwohl das wirklich immer affiger wird. Das bricht eigentlich wie so ein Kartenhaus zusammen und trotzdem will sie es eigentlich nicht sehen. Und ja, von wegen, es ist zu spät. Sie rauscht ab, äh, sagt dann auch vorher noch Rhaenyra, du solltest gehen, bevor dich jemand hier sieht. Und, äh, ja, wir gehen sehr melancholisch raus. Auch irgendwie auf dem Score mit so einem traurigen Frauengesang und so einer letzten Einstellung von Rhaenyra bei Kerzenschein, die doch ziemlich aufgewühlt wirkt, aber zugleich auch, ja, entschlossen. Das wirkt da auf mich auch fast wie so eine Reminiscenz an diese letzte Einstellung zum Ende der ersten Staffel. Naja, so wo sie sich so umdreht und dann erst so von Trauer überwältigt ist und doch so das Gesicht so leicht Wut verzerrt dann fast schon hat. Ja, ich glaube, jetzt mit, nachdem sie diese Unterhaltung mit Alicent hatte, ist ihr, glaube ich, auch bewusst, okay, gut, du kannst es jetzt nicht mehr abwenden. Und du hast alles versucht. Aber jetzt kann man natürlich sagen, ja, die andere Seite, ne, die haben sich krass stur gestellt und, äh, es wird Zeit, die Drachen tanzen zu lassen. Tanzen zu lassen, genau. Bemannt die Drachen. Lasst uns ein offenes Barbecue machen. Ja. Ja, befraut die Drachen. Ja, das ist, glaube ich, so dieses, jetzt haben wir alles versucht. Das war, das war der letzte Strohhalm. Das war der letzte Strohhalm, genau. Mit Vernunft ist da nicht mehr beizukommen. Jetzt werden wir halt ordentlich die Fetzen fliegen lassen. Ja, und das Reich wird brennen. Hast du denn, weil du kennst ja die Vorlage nicht, wie ich, hättest du denn gedacht, dass das da nicht drin vorkommt, diese Szene hier? Finde ich schade, weil sie wirklich gut geschrieben und gut gespielt und inszeniert ist mit den Kerzen außen rum. Ich finde es immer, das macht ein so geiles Ambient. Ich meine, klar, für so eine Septe brauchst du das auch und das sieht alles mega aus, dieser Hall auch, obwohl es dann ruhig ist, aber die Schritte hörst du halt immer wieder, das Halt von den Wänden und gleichzeitig ist außen rum kein anderer, anderer Laut zu hören. Das sieht toll aus und wie gesagt, mit diesen Kerzen, das ist mega, dieser runde Tisch, also dieser Gebetstisch, dieser Altar, dieser Runde. Dieser Feuerkreis, ja, nehmen wir es Feuerkreis. Oder Kerzenkreis. Oder Kerzenkreis, Kerzenkreis ist auch gut. Das sieht alles top aus und halt wirklich so dieser absolut nachvollziehbare Versuch, irgendwie noch, also einigermaßen heil, aus diesem Chaos da rauszukommen, fand ich mega. Also ich habe es beim zweiten Mal, beim ersten Mal habe ich es schon genossen, einfach auch mit dem, weil ich die Vorlage nicht kenne und ja, einfach dieser Spannungsaspekt auch da war, was passiert noch, aber es ist eine sehr ruhige Szene, die trotzdem eine verdammt hohe Intensität hat und spannend ist und du denkst, du hockst. Also ich saß wirklich vorne dran und habe gedacht, sag mal, verstehst du, wie kann man das nicht verstehen? Herrgott, die will doch Frieden, verdammt nochmal. Ihr wollt doch beide Frieden eigentlich, ja. Eben. Weißt du, was das Problem ist? Alicent will Frieden zu ihren Bedingungen, also Wladimir Putin lässt grüßen, ne? Ja, wobei ich mir auch vorstelle, dass Rhaenyra auch nur Frieden zu ihrem, sie meint, sie will dann bestimmt auch den Thron haben. Ja, natürlich. Dass man da irgendwo natürlich klar einen Konsens, ist mir schon, aber dass die Szene nicht in der Vorlage drin ist, hat mich echt erstaunt, weil es einfach, ja, wie so vieles, was dazu geschrieben wird, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja. Und ich finde es auch nicht an den Haaren herbeigezogen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, das passt dazu, weil einfach die Charaktere das einfach auch hergeben und beide ja unsicher sind. Also, keiner will den Krieg, keiner will aber auch natürlich irgendwas abgeben. Trotzdem sind beide unentschlossen, den ersten richtigen Schlag auszuführen. Ja. Und das passt einfach sehr, sehr gut rein. Es ist auch gut aufgebaut in Blick auf Staffel 1 einfach, ne? Also, da wurde ja auch schon so, also nicht umsonst wurde hier diese Szene mehrere Male referiert, wo Rhaenys da mit Alicent gesprochen hat, ne? Und auch das Verhalten von Rhaenyra in Folge 10 zum Beispiel auch. Da sagt er dann irgendwie auch Rhaenys zu jemandem, ja, hier, die Männer sind alle Kriegslüstern und die Einzige, die da sitzt und irgendwie gar nicht viel sagt, ist Rhaenyra, ne? Und das haben sie hier konsequent weitergeführt. Also, mich stört es auch überhaupt nicht. Ich finde, die Szene ist großartig inszeniert und auch das Schauspiel, also auch die Augen von Olivia Cooke, die sind so ausdrucksstark in diesem, mit dem Kerzenschein und so. Und auch so, wie sie erst total erschrocken ist auch in dem Moment, ne? Das ist auch richtig gut gespielt. Ja. Aber ich würde sagen, Sven, wir kommen mal zum Ende, beziehungsweise wir haben ja das Ende erreicht und endgültig den Point of No Return, also Folge 4 wird etwas feuriger, sagen wir es mal so. Wir ziehen beide noch so ein kurzes Fazit und da lasse ich dir natürlich den Vortritt. Oh, vielen Dank. Bei der Erstsichtung hatte ich schon meinen Spaß, bei der Zweitsichtung noch viel mehr, weil mir noch viel mehr Kleinigkeiten aufgefallen sind, super Folge, super gedreht. Wir haben ein ganz klein bisschen Adrenalin aufgepeitschte Pferde, Drachenszenen, Sex und eine wirklich, wirklich mega gute Szene am Abschluss, die sofort Bock macht auf viel, viel mehr. Ich war auch hellauf begeistert. Und die hat dir wahrscheinlich beim zweiten Mal noch ein bisschen besser gefallen, könnte ich mir vorstellen, ne? Ja, also mir ist dann auch wirklich erst bewusst geworden, wie rund die sich einfach anfühlt, ne? Also auch so von der Schreibe her, du hast halt wirklich von Anfang an hast du diesen Samen, der da gesät wird mit Rhaenys, die irgendwie auf Rhaenyra einwirkt, hier von wegen mit den Briefen. Dann auch schon der Auftakt mit den Brackens und Blackwoods, der ja irgendwie auch ein einziges Spiegelbild ist, ne? Also das ist das Amüsante eigentlich, diese Szene mit den Brackens, die ist eigentlich foreboding für den gesamten Drachentanz, könnte man sagen. Weil am Ende wird es halt keine wirklichen Gewinner oder Verlierer geben und eigentlich nur massive Verluste. Ja, nee, ich fand es auch ganz großartig. Also auch, es ist natürlich noch kein Spektakel oder was, es ist immer noch eine Aufbaufolge. Aber das passt sinnig in den Ablauf. Ich fand die Dialoge teilweise auch richtig, richtig gut, wenn auch manchmal, also hier bei dem Lord Simon und vielleicht manchmal ein bisschen forciert im Hinblick, oh, wir müssen jetzt hier Exposition bringen. Aber ansonsten ist, also vor allem die Inszenierung dieser Folge ist mir unglaublich ins Auge gestochen. Und da kann ich nur sagen, Jita Vaisant Patel darf gern noch mehr Folgen inszenieren. Und ich freue mich auch wirklich sehr, denn die Dame hat diesmal das Staffelfinale drehen dürfen, auch mit dieser Kamerafrau hier. Da dürfen wir uns, glaube ich, wirklich drauf freuen. Wo wir uns aber natürlich noch drüber freuen, ist euer Feedback da draußen, wie euch die Folge gefallen hat, was euch vielleicht aufgefallen ist, was wir übersehen haben, was ihr noch ergänzen könnt. Was so eure Interpretationen sind, gern auch im Hinblick auf Bildsprache. Ich habe ja diesmal zumindest versucht, ein bisschen mehr darauf einzugehen. Aber die anderen Folgen haben auch nicht so viel hergegeben wie die hier, ne? Nee, also inszenatorisch war die von den dreien wirklich die beste. Ja, obwohl Claire Killner auch tolle Arbeit geleistet hat, aber diese, ja, diese Jita Patel, die sticht einfach schon echt raus. Und ich freue mich echt, dass die, also fällt dir jetzt auch auf, glaube ich, weil du achtest ja, glaube ich, nicht sonst auf sowas, ne? Es kommt drauf an, aber es ist halt wirklich so diese, unter anderem diese Ego-Drachen-Szenerie. Und ja, auch wenn du's, wo du's jetzt auch nochmal angesprochen hast, auch so diese, diese Kameraführung teilweise, die schon einfach einen kleinen neuen Einblick, es ist jetzt nicht was komplett Neues, aber so wie das einfach die Atmosphäre und Harrenhall und die Septa und alles darstellt, wirklich, wirklich Wahnsinn. Also das sind wirklich Bilder dabei, die, die werde ich noch sehr lange rumtragen. Oh, dann freu dich mal auf Folge 4. Ich hab sie ja schon gesehen, äh, man darf sich, äh, wirklich darauf freuen. Ich sage nur, also die nächste Folge heißt Dance with Dragons, also ein Tanz mit Drachen und ich sage nur so viel, der Name ist Programm. Okay. Äh, das soll's dann aber auch gewesen sein, wer aber noch mehr Recaps hören will, darf natürlich gerne bei den, äh, Kollegen reinhören, die ja, äh, aktuell genau die vierte Staffel von The Boys von Amazon Prime besprechen, die dürfte jetzt auch schon online sein. Wir nehmen das ja hier im Vorhinein auf, aber, äh, auf jeden Fall könnt ihr da auch gerne mal reinhören, wenn ihr die Serie auch schaut und, äh, dann entscheiden, welches das bessere Recap ist, aber wir wissen's ja eh schon. Ansonsten, äh, findet ihr den Tele-Stammtisch überall, wo es Likes gibt oder wahlweise unter tele-stammtisch.de, schaut da auch gerne mal rein und, äh, ich bedanke mich einer einmal mehr bei Sven. Ich bin gespannt, wie lange das hier wird, wenn, äh, wir dann auch mal irgendwann doch zu dritt sein sollten, aber, äh, ich, äh, schließe einmal mehr mit einem etwas ermüdeten und verschwitzten Vala Morgulis. Ciao, ciao. Ich sag nur, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Zuhören. Tschö, tschö. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.